Julia Beautix, wie sie leibt und lebt, sitzt gerade vor mir hier und jetzt muss ich dir mal was erzählen. Es ist schon lange, lange her, aber ich war gestern mal wieder in der Sauna, Julia. Oh nein! Ich dachte gerade, wer weiß, was kommt bei diesem Anfang. Normalerweise werde ich angemault, wenn ich das erste Wort des Podcasts als Joey nehme. Es war jetzt auch kein deutscher Satz, es ist schon wieder spät, Leute, ihr merkt schon. Ja, wir sind beide schon wieder übermüdet, zu wenig Schlaf, der ganze Tag war super anstrengend, es wird heute wieder mal eine ganz, ganz tolle Folge hier. Joey, wir müssen, also ganz ehrlich, wir müssen echt aufhören mit diesem Disclaimer, weil wir sagen das jedes Mal, die Leute denken langsam, wir sind irre. Echt, sagen wir jedes Mal, dass die Folge irre wird? Ich habe das Gefühl. Aber ich glaube, die Leute finden das super, weißt du was, wir sollten das eher jetzt zum normalen Ding machen. Stimmt, ich habe auch, ich habe die Nachricht bekommen, als wir da das eine Mal richtig hart übermüdet nach diesem Sportdreh gedreht haben, da waren total viele Leute so, das war die beste Folge, mach das öfters. Aber ganz ehrlich, das fand ich persönlich gar nicht. Ich auch nicht. Wir labern so eine Scheiße hier, boah, sind wir nervig. Aber ja, ist ja auch alles okay. Ich war gestern in der Sauna, aber ich habe jetzt keine Monster-Crazy-Story, also es hat niemand vor mir Sex gehabt irgendwie und ich habe irgendwas davon abbekommen oder so, keine Sorge. Schade. Ich war gestern bei einem Aufguss und die ganze Sauna war rappelvoll mit nackten Menschen und ich saß ganz oben. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ganz oben in der Sauna ist es ja auch am heißesten, ne? Ich war Samstag auch in der Sauna. Nein, du warst in der Sauna? Ja. Believe it or not. Krass, ne? Tell me everything you will, ja. Egal jetzt, was ich erzählen wollte, das ist ja viel spannender. Ne, ich war am Samstag, ich hatte Samstag den halben Tag frei und habe mich dann mit Hannah getroffen, mit meiner Schulfreundin. Und die war so voll drauf und dran, ins Schwimmbad zu gehen und ich war so, ja okay, dann let's go Therme. Und dann sind wir in die Therme gegangen und dann sind wir da auch noch in die Sauna und das war irgendwie mega cringe, weil es war so voll in dieser Sauna. Wir sind da reingekommen, alle haben uns dumm angeglotzt, also es war wirklich ganz, ganz peinlich. Dann saßen wir da zehn Minuten, war dann ganz nett und danach wollten wir noch in diese Dampfsauna, die daneben war. Oh, die sind gefährlich, da darfst du nicht reingehen. Ey, ich schwöre, Joey, das war wirklich ganz, ganz schlimm, weil wir sind da reingegangen, während andere rausgegangen sind. Und da ist ja wirklich so ein krasser Dampf drin, dass du gar nicht den ganzen Raum siehst, ne? Und wir standen dann vorne an der Tür, haben die Tür nur so angelehnt und als wir da drin waren, wir konnten halt nicht mehr atmen. Und dann, diese Luft da drin, die war so krass feucht und heiß, dass wir wirklich es nicht mehr hingekriegt haben, so einen richtigen Atemzug zu nehmen. Also es war wirklich so ein ... Du musst dann so, das krabbelt so im Hals, ne? Du musst dann so viel zu husten. Das war richtig schlimm, ja, wir mussten richtig doll husten. Das ging gar nicht. Also es hat überhaupt nicht funktioniert. Und wir haben dann halt extrem, also wir standen da fünf Minuten, haben gehustet und gelacht gleichzeitig und versucht zu überleben, weil wir uns irgendwie versucht haben, an dieses Klima da zu gewöhnen. Und plötzlich kommt aus der hintersten Ecke so ein ... Könnt ihr mal die Tür zumachen? Alter, wir haben uns so zu Tode erschrocken. Ach, dachtet ihr wart komplett alleine da drin? Ach, wir dachten, wir sind alleine und wir dachten, wir husten da so wie so Idioten vor uns hin und lachen uns gegenseitig aus. Und eigentlich saß da die ganze Zeit so ein Mann in der Ecke. Und wir haben ihn aber nicht gesehen, weil halt das so voll mit Dampf war. Ey, das war wirklich so peinlich. Das ist ja mega witzig. Aber es war ein Typ, ja? War ein Mann? Ja, ja, es war ein Mann. Es war auch bestimmt, also ich glaube, es war auch ein älterer Mann so, weil der halt so tief gesprochen hat. Und dann plötzlich kam da so eine alte, so eine Kerlstimme kam da. Eine Kerlstimme? Ja, ich schwöre eine Kerlstimme. Könnt ihr mal bitte die Tür zumachen? So war das. Aber diese Dampfsaunas sind eh, also ich glaube, ich war gestern auch in einer Dampfsauna drin. Und zwar eine Minute, weil ich dann wieder gemerkt habe, das ist einfach wirklich ... It's just not it. Das Komische ist ja auch, also es ist ja wirklich so eine hohe Luftfeuchtigkeit, du kannst ja kein Handtuch da mit reinnehmen, weil es würde instant nass werden. Das heißt, du musst dich auf, es ist ja meistens auch so eine glatte Oberfläche, wo du dich dann draufsetzt, das ist ja nicht gepolstert oder so. Du setzt dich quasi auf so einen Stein zum Beispiel oder also auf so einen gefließten, so eine gefließte Treppe setzt du dich ja quasi, ne? Und dann musst du ja auch vorher dann mit so einem Schlauch da einmal so drüber Wasser machen, damit du dich nicht aufs Arschwasser von dem davor sitzt, setzt. Also wirklich, diese Dampfsauna, wir wollten uns auch gar nicht hinsetzen, weil es halt, ich finde das so ekelhaft, sich da hinzusetzen, egal ob du es sauber machst oder nicht vorher. Du denkst halt wirklich, du setzt dich jetzt in die Analfisteln von dem, der davor da saß. Ja wirklich, und jedes Mal denke ich mir so, oh scheiße, berührt mein Arschloch gerade. Ja. Diesen Boden quasi, weil, also safe, kannst du dir doch da die schlimmsten Krankheiten zuziehen an deinem Arsch. Ja, 100 Prozent. Du willst doch jetzt keine Feigwarzen am Arsch haben. Super ekelhaft. Also wirklich, dieses gesamte Konzept einer Dampfsauna ist bleh. Ja, und da saß ich gestern wieder drin und dachte mir so, warum sitzt du gerade hier? Ist doch einfach nur ekelhaft. Und dann, Julia, wir waren gestern in so einer Sauna, also es gibt ja so einmal so Premium-Saunas, da riecht es überall geil nach irgendeinem bestimmten Duft, ne? Und dann gibt es noch so die, naja, die, die so sporadisch ausgestattet sind und so, du kriegst das Standardprogramm. Und manche Dampfsaunas, weil ich habe ja wirklich mal alle möglichen Saunas hier in Köln und Umgebung ausprobiert. Und manche Dampfsaunas, die riechen auch schon so richtig, als würde da, die riechen nach Sex, weißt du? Ekelhaft. Ekelhaft. Deswegen, also jetzt hier, grundlegende Empfehlung, das macht man nicht mehr. Dampfsauna können wir uns sparen. Ja. Sehr gut. Finde ich auch. Aber was wolltest du eigentlich erzählen? Ja, zurück zu mir. Also wir waren in einer normalen Sauna quasi, also in so einer trockenen und das war so eine längliche. Und wir waren in der obersten Etage, es gab drei Etagen quasi und wir saßen ganz oben und das war so ein Aufgießer, so ein Saunameister, der kein Meister war. Der hat das zum allerersten Mal gemacht und ist für irgendjemanden eingesprungen, weißt du? Und der hat auch so begonnen, so, ja, eigentlich gehe ich auch immer hierher als Gast, aber jetzt bin ich auf einmal hier. Naja, der andere ist krank geworden. Irgendwie bin ich jetzt hier. So hat er sich introduced? Ja, so richtig Panne. Das kann ja nur scheiße werden dann. Und das Schlimme war, der war natürlich dann auch eh so ein bisschen aufgeregt, das war auch wirklich, Julia, das war ein Rentner. Das war so ein Rentner, der ist auch noch nicht seit gestern erst Rentner, der ist schon ein paar Jahre Rentner. Oh komm, aber auch ein bisschen süß, dass er jetzt nochmal kurz einen kleinen Job machen darf. Total, aber Saunameister in zu sein ist fucking anstrengend, Julia. Ja, du bist irgendwie gefühlt bei 30, du bist gefühlt eine Viertelstunde bei irgendwie 70, 80 Grad und musst dann auch noch allen Leuten heißen Dampf in die Fresse wedeln. Also das ist ein Knochenjob, glaube ich. Hä? Achso, warte mal, muss so ein Saunameister, guck mal, ich habe ja gar keine Ahnung, muss so ein Saunameister die ganze Zeit dabei bleiben, oder was? Ja, pass auf, was du eigentlich machst ist, also du setzt dich als Gast quasi in diese Sauna rein und der gießt dann quasi für 15 Minuten immer wieder auf diese heißen Steine drauf, sodass Dampf entsteht, heißer Wasserdampf, dadurch wird es richtig heiß. Und der nimmt dann ein Handtuch oder andere Utensilien, um dir das in die Fresse zu wedeln. Ah, dementsprechend muss er halt auch die ganze Zeit da bleiben, obviously. Ja, und sich körperlich ja auch noch übelst anstrengen. Also da muss ja jedem einzelnen Menschen, der da drin sitzt, diesen Dampf auch noch in die Fresse wedeln. Ach, legit? Also der macht das nicht einfach so, sondern der macht es wirklich bei jedem. Ja, der läuft in dieser Sauna rum und versucht wirklich jeden gleichermaßen diesen Dampf zuzuwedeln. Ui. Das ist fucking anstrengend. Ja, dann ist das sehr anstrengend für so einen Opi. Ja, und dann ist das so ein 70-jähriger Typ, der das auch zum ersten Mal macht und dann waren da als Gäste zwei so Leute, die alles besser wussten und die haben dann auch nicht die, also eigentlich hältst du ja die Klappe in der Sauna, ne, eigentlich ist da Ruhe. Und die haben ihm die ganze Zeit erklärt, dass er es falsch macht und dass er so und so wedeln muss und so weiter und die haben diesem Typen so aus dem Konzept gebracht. Ach, wie gemein aber auch, der arme Opi. Jetzt tut er mir richtig so leid. Julia, der war so aus dem Konzept raus, dass der sich dann versucht hat, recht zu fertigen und konnte sich dann aber nicht mehr aufs Aufgießen konzentrieren. Er hat dann so erzählt. Warte, oh nein, also es gab die ganze Zeit eine Diskussion. Ja, Julia hat dann erzählt, dass er eigentlich Autohändler ist, aber von seinem Sohn, der den Laden übernommen hat, jetzt rausgeworfen wurde, weil er irgendwie andere Ansichten vertreten hat, was das Handeln mit Autos angeht und deswegen ist das jetzt gerade alles schwierig und er versucht sich jetzt ja auch gerade neu zu etablieren. Und währenddessen hat er immer wieder aufgegossen und eigentlich gießt du so pro Auf, also eigentlich gießt du so dreimal drüber und dann sind auch alle Steine nass und dann ist es auch fucking warm. Julia, der hat sechs, siebenmal immer wieder da drauf gegossen. Wir sind alle geschmeckt. Julia, ich habe wirklich gedacht, ich verbrühe in diesem Laden. Oh nein, oh nein, oh mein Gott, das klingt nach so einer witzigen Shitshow, aber leider, also wirklich, wie so ein Opi, der da die ganze Zeit versucht, sich zu rechtfertigen, trotzdem, er tut einem irgendwie leid, gleichzeitig versucht er dann hektisch diesen Aufguss, oh nein. Ja, aber das Schlimme war, Julia, du hast es dann nicht mehr dort ausgehalten und dann wurden die Leute irgendwann nervös und haben gedacht, ja fuck, wir können das hier jetzt nicht mehr lange ertragen. Wolfgang hat auch schon geschrieben, mach jetzt weiter hier. Was? Hat der sich auch noch eingemischt, oder was? Wolfgang ist irgendwann dann auch gegangen, weil es ihm zu krass war, weil wir saßen ganz oben und es war dann einfach zu heftig und dann sind nach und nach sind schon die Leute dann einfach, obwohl dieser Sauna, dieser Aufguss noch lief, sind die Leute rausgegangen, weil es nicht mehr ging, weil du dir wirklich so gefühlt hast, als würden deine Nippel an dir verbrennen. Aber ich kann mir Wolfgang auch so richtig dabei vorstellen, wie der so wutentbrannt da rausrennt. Ey, das war so crazy und dieser Opa hat es bis zuletzt nicht gecheckt, ne? Der war dann noch so, hey, wir sind noch gar nicht fertig, warum klatschen ihr jetzt schon? Und die Leute wollten einfach so klatschen von wegen, ja, hast du gut gemacht, damit er geht, weißt du? Aber. Oh nein, wie schrecklich. Der war völlig lost. Weil die den aber auch übelst aus dem Konzept gebracht haben. Ja. Mir schon leid getan. Oh nein, ja, tut mir richtig doll leid. Aber andererseits ist es halt auch ein bisschen lustig, sich das vorzustellen. Oh nein, oh nein. Aber das ist eh so eine Sauna, ey. Die haben da manchmal so ein paar Saunameister da, wo du dir denkst, ihr seid einfach nicht für diesen Job ausgelegt. Da ist noch einer, der, ich will jetzt wirklich gar nicht auf irgendwie shaming, was bestimmte Körperfiguren angeht, aber der hat wirklich so eine große Plauze vor sich, dass er es nicht mehr richtig schafft, seinen Arm über die Steine zu machen, weil der Bauch im Weg ist. Wo ich mir denke, ey, gar kein Problem, dass du den Bauch hast. Aber doch nicht, also der Job funktioniert da nicht. Weißt du? Ja, ja, einfach faktisch funktioniert dieser Job dann nicht so richtig. Ja. Oh, ey. Aber es ist immer, wenn ich in dieser komischen Creep-Sauna bin, entstehen irgendwelche lustigen Storys auf der anderen Seite. Warum gehst du denn auch in so eine komische Creep-Sauna? Ja, weil das irgendwie, ich weiß nicht, so einmal im Jahr. Irgendwie hat es auch einen Vibe, ne? Es hat einen Vibe, ne? Ich habe immer eine coole Story danach. Ja. Du gehst da schon mit Zettel und Stift hin. Oh, Mann. So, Leute, ich brauche mal wieder Podcast-Content. Ab in die Sauna. Ja, so ungefähr. Naja, okay. Joey, wie geht es dir denn aber sonst? Haben wir lange nicht mehr gefragt. Ja, ne? Das überfordert mich jetzt gerade diese Frage. Ja. Eigentlich geht es mir gut, aber ich bin gerade in so einer weirden Phase meines Lebens, glaube ich. Ich merke gerade so, mein Alter ist gerade nicht physisch nach oben gegangen, sondern mental bin ich mal wieder älter geworden gerade. Ah, bist du wieder ein Opi im Moment, oder was? Oder es liegt daran, dass jetzt gerade so Herbst ist und irgendwie jetzt generell so die Interessen auf einmal so umschwenken. Das merke ich auch immer. Das ist total krass. Im Sommer hat man wirklich ganz andere Interessen und ein ganz anderes Lebensgefühl, als sobald es irgendwie kälter wird, ne? Ja, und irgendwie habe ich jetzt… Ich glaube, das ist ganz normal. Ja, aber ich hatte das noch nie so doll. Oder mir ist es nie selber so aufgefallen. Aber Julia, vor einer Woche ist meine Schwester zu Besuch gewesen und ich habe zu ihr gesagt, lass uns in den Spielzeugladen fahren. Ich habe jetzt Lust, so klassische Brettspiele zu kaufen. Ich will jetzt Brettspielabende machen. Da haben wir erst mal so Risiko gekauft, weißt du? Ah, deswegen hattet ihr plötzlich am Freitag da so viele Brettspiele stehen, oder was? Ihr wart ja komplett ready. Ja, also die standen da halt schon von diesem Tag, als wir die gekauft haben. Das war jetzt nicht, weil die da war. Ja, ach so, okay. Ich dachte, ihr hattet die da wirklich schon aufgestellt, so von wegen, heute Abend wird ihr spielt. Ja, Leute, nur damit ihr das versteht. Julia war am Freitagabend relativ spontan zu Besuch und es ist ein bisschen ausgeartet. Ja. Ich habe lange nicht mehr so viel Alkohol getrunken, Julia. Es war wirklich nicht viel, Leute. Ja, stimmt. An sich war es nicht viel. Es war nicht viel. Ich war lange nicht mehr so besoffen. Wir vertragen nur keinen Alkohol, Joey, weil wir so wenig Alkohol trinken. Was grundsätzlich gut ist. Ja, das stimmt. Also in allen Belangen. Für die Gesundheit ist es gut, nicht so viel Alkohol zu trinken und auch generell. Und man ist dann, wenn man mal trinkt, ist man auch, braucht man nicht so viel dafür. Genau, voll praktisch, genau. Eigentlich schon. Ja, nee, aber es wird noch schlimmer. Es gibt eine Steigerung von diesen Brettspielen, weil so, ja, meine Güte, so ein Brettspiel an so einem verregneten Samstag, warum nicht, ne? Kann man sich auch mit Anfang 20 vorstellen, glaube ich. Ja, safe. Aber ich habe mir jetzt so ein 3D-Lego-Ding gekauft, so ein, so weißt du, ich habe mir so ein Bonsai gekauft, den ich aus Lego basteln kann. Ein Bonsai? Ja. Nein, nicht mal wenigstens so ein, keine Ahnung, Star Trek-Raumschiff oder so ein Harry Potter-Ding oder irgendwas, sondern einen Bonsai-Baum. Ja, ich kann mir so ein Harry Potter-Schloss, hätte ich mir für 400 Euro kaufen können, aber so ein Fan bin ich dann doch nicht. Ja, stimmt. Obwohl ich sagen muss, dass dieser Bonsai-Baum dann doch echt ganz gut zu dir passt, muss ich sagen. Ja, ich dachte mir nämlich auch, das gibt so ein Set. That's you. Wenn Lego, dann das. Du kannst einen Blumenstrauß aus Lego basteln, du kannst eine Orchidee basteln oder einen Bonsai. Und dann dachte ich mir so, Bonsai ist eigentlich ganz cool. Ja, ich kenne den auch. Der sieht auch gar nicht so scheiße aus, tatsächlich. Und mir geht es ja eher um die Erfahrung, dass ich konzentriere mich mal und bin mal weg vom Handy und werde jetzt einfach mal zwei Stunden lang mit Lego da was zusammenbasteln. Eigentlich, also ich finde die Idee sehr cool. Ich habe es noch nicht gemacht. Ja, voll. Bisschen wie Puzzeln, ne? Ja, genau. Ich glaube, das bringt mich gut runter. Und jetzt kommen wir zur letzten Steigerung. Und da mache ich mir wirklich langsam ein bisschen Sorgen. Ich habe Wolfgang vor zwei Wochen gefragt, am Sonntag, als er Brötchen geholt hat, ob er mir ein Kreuzworträtsel mitbringt. So eine Zeitung mit Kreuzworträtseln. Und Julia, ich habe es geliebt. Ich habe den halben Sonntag lang Kreuzworträtseln gemacht. Nicht dein Ernst. Ey, aber das ist so, das hat mich so rausgerissen aus allem anderen, aus allem, was so dich beschäftigt. Ja, verstehe ich. Aber jetzt mal ganz kurze Frage zu Kreuzworträtseln. Ich mache das auch manchmal mit meiner Oma zusammen, weil die ist so ein richtiger Kreuzworträtselfreak. Also die ist mittlerweile bei Buch 270 oder so. Es gibt ja wirklich diese dicken Kreuzworträtselbücher und die sind ja alle so nummeriert. Aber meine Oma, die verarscht sich halt die ganze Zeit selber. Also wenn du der mal dabei zuguckst, bei jedem Wort, mindestens bei jedem zweiten, guckt die halt auf die Rückseite und schaut, was jetzt die richtige Antwort ist. Wie war es bei dir? Also mein erster Schritt war, Wolfgang mit einzubeziehen und ihn zu fragen, ob er eine Ahnung hat. Und dann als zweiten Schritt dachte ich mir so, okay, wenn er es auch nicht weiß, kann ich ja mal googeln, so synonym für das und das. Dann dachte ich, das ist ja immer noch nicht komplett cheaten, aber im Endeffekt habe ich es dann immer so gemacht, dass ich zu Wolfgang gesagt habe, ich brauche das und das Wort, neun Buchstaben und dann hat er das genauso eingegeben. Du kannst es ja auch einfach googeln, weißt du? Kreuzworträtsel, dann gibst du diesen Begriff ein, neun Buchstaben und dann kommt das direkt. Dann kannst du einfach auf die Rückseite gucken. Aber ganz ehrlich, das ist schon schwer, so ein Kreuzworträtsel. Finde ich nämlich auch. Das waren so herkömmliche, das war jetzt nicht so für Kinder oder so, die hätte ich bestimmt hingekriegt, aber also sorry, ich weiß doch jetzt nicht, wie ein Meeresstrom in Peru heißt, weißt du? Ja. Das ist ja kein Allgemeinwissen mehr. Und deshalb finde ich halt Kreuzworträtsel auch so krass unsatisfying, weil man sich immer dumm fühlt. So an sich kann ich das voll nachvollziehen. Das macht super viel Spaß. Ich finde auch Sudoku ist cool. Also die Stufe 1 davon. Alles andere ist dann auch wieder zu schwer. Aber Sudoku ist auch cool und das macht alles Spaß, aber bei Kreuzworträtsel fühlt man sich halt immer dumm. Ja, aber manchmal kommst du nicht weiter und überlegst und überlegst und dann kommst du doch nochmal, dann findest du dieses eine Wort dann doch noch raus und dadurch ergeben sich dann wieder andere Wörter, weil du mehr Buchstaben zu den anderen Wörtern hast und dann denkst du dir so, ach ja klar, das war's. Und dann hast du auf einmal wieder so einen Lauf und es ist immer wieder so ein Erfolgserlebnis. Es macht schon Spaß. Und der geilste Effekt ist wirklich, ich war bestimmt, anderthalb Stunden habe ich nicht ein einziges Mal auf mein Handy geguckt. Das ist geil. Und das passiert halt leider nicht sehr oft. Ich habe letztens einen ähnlichen Effekt gehabt, als ich meine Haare geföhnt habe. Also es klingt wirklich total dumm, aber ich schwöre, ich habe sogar eine Story aufgenommen, wo ich das dann gesagt habe, wo ich dann dachte, nee, das kann ich nicht hochladen. Ich habe wirklich eine Dreiviertelstunde lang meine Haare geföhnt, weil ich habe ja Extensions seit einer Zeit und Extensions muss man halt wirklich komplett trocken föhnen. Du darfst die nicht lufttrocknen lassen, weil dieser Kleber sich sonst aufsaugt und auflöst und ist halt kacke für die Extensions. Du musst die auf jeden Fall trocken föhnen und du musst sie am besten Fall auch mit einer Rundbürste, mit so einem Föhn richtig schön glatt machen, damit die halt eine gute Struktur kriegen und so. Und das habe ich legit mindestens eine Dreiviertelstunde vorm, ähm, vorm, ähm, Schminktisch von meiner Schwester letztens gemacht. Ich habe absolut die Zeit vergessen. Ich hatte so einen Spaß, es hat mich so entspannt und da war, ich habe danach eine Insta-Story gemacht, wo ich gesagt habe, Leute, wenn ihr mal entspannen müsst oder es euch nicht so gut geht, föhnt mal eure Haare mit einer Rundbürste. Das ist wirklich so entspannt. Ich hatte gerade wirklich eine tolle Zeit. Ja, aber ist das so, ist das so, ist das so viel anstrengender jetzt, die Haare mit einer Rundbürste zu föhnen, als ohne ein anderes Utensilium? Als ohne Extensions oder was meinst du jetzt? Nee, als, wenn du, also ich kenne ja Haare für nur, du richtest den Föhn in einem bestimmten Winkel auf die Haare und dadurch trocknen sie. Aber wenn du jetzt noch eine Bürste dazu verwendest, dann musst du, ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen strategiemäßig. Du musst ja die richtigen Griffe machen und sowas. Komplett, du, das ist wirklich schwer, die Haare gut mit einer Rundbürste zu föhnen. Weil du musst halt diese Rundbürste nehmen und dann den, ähm, den Föhn so an die Rundbürste dransetzen und das dann so, so zusammen runterföhnen. Weißt du, ich kann es dir jetzt nicht zeigen, weil ich das so in der Hand habe. Ja, doch, man sieht das ja auch ab und zu beim Friseur. Genau, so musst du das halt machen, damit es halt danach geil aussieht auch. Also ist das so eine Sache, da brauchst du auch Geschick und, ähm, und auch so. Ja, es ist nicht leicht. Also das muss man, muss man lernen auch. Ja, das musst du auf jeden Fall üben. Vor allen Dingen so, ähm, wenn du halt willst, dass da halt dann im Endeffekt so eine Föhnfrisur bei rauskommt, weißt du? Ja. Ja, dann ist das aber eigentlich auch genau sowas wie das Kreuzworträtsel. Es fordert dich auf einer ganz, ganz anderen Ebene als das, was normalerweise dich fordert. Und deswegen findest du es auf einen Schlag so entspannt. Also ist ja auch irgendwie anstrengend, dass es nachzudenken. Es ist total beglaubt zu sagen, Haare föhnen fordert dich auf eine andere Art und Weise. Ja, wenn du es so sagst. Wenn man sich das jetzt mal anhört. Aber es stimmt, ja, es ist so. Ja, also hättest du das mit der Rundbürste jetzt nicht gesagt, hätte ich auch gedacht, du hast eine Klatsche. Aber so verstehe ich das schon. Also ich kann es mir jetzt vorstellen, dass es auch schwierig ist. Ja, es war auch satisfying dann am Ende, dass ich dann so richtig schön geföhnte Haare hatte. Und die sind auch immer noch total schön weich. Ja, okay, jetzt ist es auch mal gut mit Selbstbeweihräucherung hier. Das ist keine Selbstbeweihräucherung. Das ist einfach nur, Leute, föhnt mal eure Haare mit einer Rundbürste. Das ist wirklich toll. Du könntest ja dann irgendwann auch mal ein zweites Standbein aufbauen als Föhnerin. Vielleicht belasse ich es dabei, meine eigenen Haare einfach einmal die Woche zu föhnen. Aber gibt es, fällt dir gerade irgendwas ein? Mir gerade dummerweise nicht. Aber bei manchen Sachen, die ich im Alltag so mache, habe ich manchmal das Gefühl, ich bin da so gut und trainiert drin, dass ich höchstwahrscheinlich besser als die meisten anderen bin, dass ich daraus ein… Pushiertes Ei. …ein Job machen könnte. Ja gut, pushiertes Ei, dafür reicht es jetzt wirklich nicht so. Aber doch, warte, fällt dir irgendwas ein? Nägel machen. Ja. Aber das ist ja nichts Alltägliches, weißt du? Ja. Das habe ich schon so lange perfektioniert. Das war wirklich immer, das war eine Zeit lang wirklich krass, mein Entspannungsding. Im Moment kann ich das halt nicht machen wegen Frühling. Aber das wird auch wieder aufgenommen als Hobby danach. Also ich habe sowas öfter mal, wo ich mir denke, boah krass, wie heftig du dir da jetzt Wissen und Können angeeignet hast. Aber das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, ist, wenn es um Pflanzen geht. Ich habe da so, es steckt so viel Wissen in meinem Kopf dazu, dass ich das eigentlich auch in irgendeiner Weise als Job machen könnte, glaube ich. Ja, also ich glaube, bei mir ist, das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe gestern sogar noch einen TikTok davon gesehen von einer Freundin von Jenny, von Anna. Die hat einen TikTok gemacht, wo sie gesagt hat, dass sie so ein Mensch ist. Sie ist in total vielem gut und hat in total vielem irgendwie Talente und macht super viele Sachen gerne, aber nicht so richtig gut, weißt du? Also sie schminkt sich gerne, sie malt gerne, sie singt gerne und hat in diesen allen Sachen auch irgendwie so eine Begabung irgendwo, aber nichts ist so richtig perfektioniert. Und ich glaube, das ist bei mir ähnlich bei vielen Sachen. Nein, gar nicht. Würde ich so nicht. Also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das, wo du dich richtig dafür interessierst, hast du schon oft genug bewiesen, dass du das dann auch wirklich perfektionierst. Also ich finde, das merkt man jetzt bei jemandem, der so auf YouTube lange ist, merkt man das immer übelst krass. Dieses allein Videos schneiden, das machen manche als Ausbildung oder als Studiengang. Wir haben das so drin, ich könnte blind ein Video schneiden mit nur Tastenkombinationen. Aber trotzdem gibt es halt noch so viele andere Features, die ich jetzt zum Beispiel in einem Studium oder so noch mehr gelernt hätte, weißt du? Die kann ich dann nicht, ich kann halt, zwar kann ich richtig gut mein Schneideprogramm benutzen und weiß super viel und kann das auch im Schlaf, aber sobald es dann mal um eine andere Sache geht, die ich für meine Videos nicht benutze, das kann ich dann halt nicht, das meine ich, weißt du? Ich kann das immer nur so spezifisch. Aber bist du nicht dann super schnell auch gewillt, dann dir das mal eben fix beizubringen? Wenn du das können willst, darum geht es ja. Ja, wenn ich es können will, ja doch, das schon. Und manche, ohne das jetzt irgendwie… Das war ja beim Nägelmachen auch so, da habe ich mich komplett mit nichts anderem mehr beschäftigt. Und es gibt auf jeden Fall, glaube ich, Menschen da draußen, die einfach auch diese Motivation in sich selbst gar nicht so krass haben, zu sagen, ja, ich will das jetzt, ich bringe mir das jetzt bei, egal wie lange es dauert. Ja, doch, das habe ich schon, das stimmt. Und ich glaube schon, dass du schon auch so ein Typ bist und ich würde das eigentlich bei mir auch sagen, dass wenn ich was wirklich, wirklich will, dann butter ich da richtig viel Energie und Zeit rein. Ja, voll, das verstehe ich auch und das ist bei mir grundsätzlich genauso. Ich meine nur, dass es trotzdem irgendwie so ist, dass, ich meine, ich habe jetzt super, super viel Zeit in dieses Nägelmachen zum Beispiel rein investiert, aber ich glaube, ich bin trotzdem noch nicht auf dem Stand, dass ich sagen könnte, okay, ich kann das genauso gut wie jemand, der das jetzt als Job gelernt hat. Das meinte ich jetzt. Ich glaube, darum ging es mir eher. Ich bin da, also ich bin da richtig gut drin geworden und ich habe mich auch absolut da reingehangen so, aber nicht so krass, dass ich sagen könnte, ja, ich würde jetzt auf jeden Fall was, die Ausbildung-Dings, da würde ich jetzt bestehen. Aber aus eigener Motivation lernst du etwas ja auch nur so weit, inwiefern es dir was bringt. Also insoweit es dir selbst noch in irgendeiner Weise was bringt und klar lernst du auch in einer Ausbildung oder so Sachen, wo du dir denkst, oh, interessiert mich null, brauche ich nicht, weiter. So und das kannst du ja dann privat sozusagen machen. Was aber auch krass ist, ich merke richtig, also seit der Schule habe ich das schon gemerkt, ich lerne Sachen wirklich nur gut, wenn ich auch Bock drauf habe. So, weißt du, ich bin so schlecht im Lernen und mir Sachen aneignen, wenn es mich nicht juckt. Ich kann es nur, wenn es mich interessiert. Sonst bin ich so grausig. Als Schüler damals war ich nicht so schlecht darin, auch Sachen auswendig einfach zu lernen, die mich nicht gejuckt haben. Aber inzwischen hätte ich auch nicht mehr die Motivation. Jetzt würde ich auch sagen, nee, sorry, aber also. Never in my life. Was bringt mir das in mein Leben, wenn ich die Scheiße jetzt auswendig lerne? Also ich sehe es einfach auch nicht mehr ein. Aber früher war ich da nicht so, in Anführungsstrichen, selbstbewusst. Ja gut, früher hattest du aber auch keine Wahl, weil du musstest halt für die Schule das halt lernen, ob du wolltest oder nicht. Nee, ich war schon bestrebt, da drin gut zu sein und Erwartungen zu erfüllen und so weiter. Und ich glaube, du warst von Anfang an eher jemand, zum Beispiel aber auch meine Schwester oder auch noch andere Freunde, die ich habe, die schon so, schon damals gesagt haben, nee, sorry, das juckt mich null. Hier werde ich jetzt nicht so viel Zeit reinstecken, um das zu lernen. Und ich habe dann aber wirklich, ich habe damals lange Zeit in der Schule jedes Fach gleichermaßen behandelt, was so Lernen und sowas anging, weil. Voll gut. Na, nee, weil. Aber krass. Also, meine, meine, habe ich ja schon mal erzählt, also meine, meine Schule hat mich so gar nicht in dem gefördert, was, in was ich eigentlich gut bin, weil mir das aber auch nie gesagt wurde, so konzentrier dich mal auf das, wo du auch Bock drauf hast, sondern mach mal bitte was in Richtung Naturwissenschaften, weil nur damit kommst du weiter. Das ist gut für dich. Ja, also, da habe ich schon viel Zeit verschwendet. Aber ich will es jetzt auch niemandem an, ich will es niemandem raten, jetzt nicht mehr für Sachen zu lernen. Ja, aber trotzdem hast du es ja für deinen Abschluss getan und dafür war es dann wieder gut. Naja, also wenn ich, also meinen Abi-Durchschnitt habe ich noch nicht gebraucht für irgendwas. Ich habe einen Studiengang. Was hast du eigentlich für einen Abi-Durchschnitt? Das ist ein bisschen unangenehm jetzt. Warum? Ja, weil ich, also ich war jetzt nicht so medizinstudentmäßig gut, aber ich war jetzt auch nicht, also ich habe einen 1,8er Schnitt. Ja, siehst du? Guck mal, und ich habe einen 2,8er Schnitt. Da siehst du den Unterschied. Ja. Aber das lag auch daran, dass ich fucking viel gelernt habe. Ja, Joey, aber guck mal, das ist ja genau das Ding, was ich gerade meinte. Du hast dadurch, dass du jedes Fach gleichermaßen behandelt hast und dich für jedes Fach gleichermaßen ins Zeug gelegt hast, jetzt ein 1,8er Schnitt. Ich habe mich nur für die Sachen ins Zeug gelegt, die mich interessiert haben. Ich habe einen 2,8er Schnitt. Und wir haben jetzt beide Glück, dass wir das zu unserem Beruf machen konnten, was wir zu unserem Beruf machen konnten und dafür halt keinen Schnitt brauchten. Aber wenn wir jetzt beide andere Ambitionen gehabt hätten, dann wäre es für mich auf jeden Fall schwieriger gewesen, in manchen Studiengängen oder Berufen Fuß zu fassen als für dich. Dementsprechend ist es gut, dass du es gemacht hast. Grundsätzlich ja, aber ich habe ja auch studiert. Ich habe ja, als ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe, habe ich auch gleichzeitig unabhängig davon mein Studium gestartet. Und ich habe dieses Studium gestartet, weil ich davon überzeugt war, dass das mir liegen würde. Und das habe ich aber super spät erst begriffen. Das wusste ich in der Schulzeit noch nicht. Das war dann einfach so ein, zwischen Schule und Studium, so eine intensive Zeit, wo ich mich damit befassen musste. Was liegt mir eigentlich? Und ich hätte schon viel früher während der Schulzeit darauf kommen können, hätte ich mir den Raum geboten und nicht so darauf gehört, was andere die ganze Zeit von mir verlangen. Weißt du? Ja, okay. Ja, aber das ist was anderes, als sich für jedes Fach gleichermaßen Mühe zu geben. Ja, genau. Aber ich habe mir ja Mühe gegeben für jedes Fach gleichermaßen, weil ich so hin und her geschleudert wurde von jedem. Weil jeder gesagt hat, das ist wichtig, nein, das ist wichtig, nein, das ist wichtig. Und gleichzeitig gab es dann auch noch meine Interessen, die ich aber nie so richtig zugelassen habe. Also zumindest zu begreifen, was sind überhaupt meine Interessen? Wenn das die Motivation ist, in allen Fächern sich gleichermaßen anzustrengen, dann ist es keine gute Motivation. Ja. Aber grundsätzlich ist die Motivation gut, sich in allen Fächern gleichermaßen anzustrengen. Also bis zu dem Punkt, wo man merkt, worin man gut ist und was man gut kann und wo man wirklich merkt, das interessiert mich so wenig, dass ich es irgendwie jetzt auch nicht, also klar, du sollst nicht sagen, hänge ich jetzt an Nagel. Ja, aber wenn du halt Physik in der Schule hast, dann musst du trotzdem dich genauso gut für Physik vorbereiten wie für deine Kunstklausur. Ja, aber wenn du jetzt… Das will ich einfach nur sagen, können wir den Schülern jetzt bitte nicht einreden, dass sie nicht mehr Fächer lernen müssen. Ich sage ja nicht, die sollen gar nicht dafür lernen, aber wenn du merkst, du bist voll das Mathe-Genie, weißt du? Ja. Dann ist es doch dumm, sagen wir jetzt mal, es gäbe jetzt nur Mathe und Physik als Fächer. So, dann wäre es doch dumm, 50 Prozent der Zeit zu investieren, um Mathe zu üben und 50 Prozent in Physik, wenn du weißt, dass Physik dich null juckt und dass du jetzt eigentlich schon merkst, das wird nichts sein, womit du später mal arbeiten musst. Dann ist es doch okay zu sagen, ich mache Mathe lieber 70 Prozent und Physik 30, weil in manchen Belangen wird es wahrscheinlich doch irgendwie eine Rolle spielen in meinem Leben, auch wenn ich nichts dahingehend arbeite. Aber so ein bisschen, so ein bisschen auf sich selbst zu hören, ist, glaube ich, nicht verkehrt, was Fächer angeht. Ja, das auf jeden Fall. Und ich muss sagen, dass ich es ein kleines bisschen bereue und mir auch meinen Studiengang, den ich ja jetzt ausüben, also ich würde ja jetzt diesen Job ausüben, den ich studiert habe, der hätte das nicht verlangt, dass ich diesen Abischnitt hätte. Obwohl ich ja was studiert habe, was mich tatsächlich interessiert und was mich höchstwahrscheinlich auch beruflich erfüllt hätte. Ja. Zwar nicht so sehr wie mein jetziger Job, aber du weißt, was ich meine. Ja, voll. Und ich finde, das ist schon wichtig irgendwie zu beachten. Also, wenn du dich nicht dafür interessierst und wenn es dir nicht liegt, dann brauchst du kein Arzt werden, auch wenn du damit viel Kohle verdienst. Aber du musst auch ein bisschen … Ja, das sowieso, um Gottes Willen, natürlich. Ja. Also, so war das auch überhaupt nicht gemeint. Ja, aber das ist es halt so, dieses … Ich meinte nur, dass wir jetzt … Ja, ja, voll, du hast auch vollkommen recht. Ich wollte nur damit sagen, dass wir halt jetzt nicht den Kiddies sagen, hey Leute, wenn euch Physik nicht juckt, dann macht auch nichts dafür. Ja, so meinte ich es auch nicht. Keine Sorge. Weil ihr müsst natürlich trotzdem was dafür machen, ihr könnt es nach der Klausur ja wieder vergessen. Wisst ihr, macht was dafür, lernt es für die Klausur, vergesst es sofort, es ist scheißegal. Ist ja auch so dumm, ne? Also, im Kurzzeitgedächtnis bringt dir gar nichts. Ja, es ist halt das Konzept Schule. Was soll man jetzt sagen? Also, da wollte ich eigentlich gar nicht hin, Jo, ja? Wenn man da nochmal ran kann, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja, okay, ich weiß auch nicht, wie sind wir jetzt überhaupt darauf gekommen? Das war jetzt aber nicht kontrovers, oder? Ich meine, hat meinen Punkt verstanden, wie ich das meine. Ja, total. Ich möchte natürlich niemanden dazu ermutigen, jetzt die Schule hinzuschmeißen oder zu sagen, ich lerne es nur noch für einfach, weil mich nur das interessiert. Ich meine nur, man soll sich ein bisschen auch darüber bewusst werden, was einem Spaß macht und was nicht. Und ein klein wenig Fokus vielleicht auch verschieben dadurch. Ja, definitiv. Das sehe ich auch so. Was ich dich noch fragen wollte, bevor wir mit diesem Thema abschließen, weil wir sind ja ursprünglich durch die Brettspiele hierher gekommen. Ach ja, Pia. Ich wollte dich noch fragen, was du grundsätzlich von diesem ganzen Brettspielding hältst. Ob du sagst, das ist irgendwie schon dein Ding? Ich liebe Brettspiele. Wirklich? Yes, love it. Boah, das hätte ich jetzt echt überhaupt nicht einschätzen können, ne? Warst du schon immer eine Brettspielmaus? Ja. Ich mag Brettspiele, ja. Also nicht alle, obviously, aber doch schon gerne. Finde ich mega cool, mach ich super gern. Und welches spielst du so gerne? Super viele, du. Also geht's jetzt auch um Kartenspiele? Brettspiele und Kartenspiele? Würde ich auch noch dazu zählen, ja. Also sowas wie Uno oder Werwolf oder sowas? Ja, also, boah, Werwolf finde ich total cool, mag ich total gerne. Ja. Uno mag ich auch super gerne. Skiphof spiele ich mit meiner Familie im Urlaub immer. Kniffel mag ich auch super gerne. Also diese ganz einfachen finde ich auch total cool. Mau Mau und so spiele ich auch. Und wenn es dann an die richtigen Brettspiele geht, muss ich sagen, dass so eine gute Mühle auch mal ein bisschen was kann. Ich finde auch Mensch, ärger dich nicht cool. Oh nee, das finde ich ganz schlimm. Also, ja doch, weil es mich so aufregt. Manchmal mache ich das gerne. Aber auch nicht lange. Das kann ich dann so zwei Runden spielen, wenn ich verliere, dann muss ich halt auch was anderes machen. Für Mensch, ärger dich nicht ist nur ein witziges Spiel für Leute, die nicht gut verlieren können. Aber ich bin dummerweise ein sehr guter Verlierer. Mich juckt das gar nicht, wenn ich ganz hinten bin oder so. Und deswegen ist das für mich so richtig, ja komm, können wir jetzt bitte einmal fertig spielen hier. Mich langweilt es. Ich bin halt sehr kompetitiv dann und dann macht es mir halt auch Spaß, mich darüber zu streiten. Stimmt, ja. Also so aus Spaß logischerweise. Aber ja, das finde ich cool. Was gibt es denn noch? So Tabu und sowas finde ich auch gar nicht mal so scheiße mit den richtigen Leuten. Das macht auch Spaß. Ja, aber da kommt es wirklich ganz, ganz stark auf die Leute an. So Activity oder Tabu. Ja, eher voll. Wenn du da einen so einen Muffel dabei hast, der jetzt nicht über Pantomime irgendwas erklären will, weil er sich dann uncool vorkommt, dann wird es auch ganz, ganz, schnell nervig. Ja, ja, genau. Also nur wenn es halt die richtigen Leute sind, die dann halt auch alles mitmachen. Dann ist es mega witzig, finde ich. Aber was hältst du von so Spielen, die so lange gehen? Sowas wie Monopoly oder? Boah, da muss ich sagen, dass ich das schwierig finde. Also da muss ich wirklich doll in der Laune sein, um jetzt so ein Monopoly anzufangen. Habe ich auch lange Zeit gesagt, aber ich habe vor kurzem mal wieder Monopoly gespielt und das hat Spaß gemacht, aber es dauert halt einfach super lange. Also du musst dir dafür richtig viel Zeit nehmen und du musst es auch von vornherein wissen, dass es viel Zeit kosten wird. Aber dann kann es auch cool sein. Ja, und auch annehmen halt, ne? Ja, ja, voll. Ich habe es halt ewig nicht mehr gespielt. Es gibt aber auch so ganz, ganz viele Brettspiele, die fand ich schon als Kind irgendwie cool, aber ich habe es irgendwie dann nie gespielt, sowas wie Spiel des Lebens. Das sah so völlig crazy immer aus. Boah, das weiß ich gar nicht mehr, wie das geht. Aber ich glaube, das ist was Cooles, das stimmt. Aber kennst du so Clueso oder, ne, nicht Clueso. Clueso war der Sänger. Ja, das ist der Musiker. Cluedo, Cluedo, das meinte ich. Ja. Und Trivial Pursuit und diese ganzen Sachen. Oh ja, Trivial Pursuit ist auch cool, ja. Ist auch cool. Das habe ich letztes Jahr gekauft, damit wir zu Weihnachten mit meiner Oma und meiner, also mit meiner gesamten Familie was spielen können. Ah ja, das hast du im Podcast, glaube ich, erzählt. Das war eine Komplettkatastrophe. Das habe ich im Podcast erzählt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Dass meine Oma so völlig ausgerastet ist. Ey, ja, ja, genau. Aber Joey, wir erzählen so viele Sachen, die ich total vergesse im Podcast. Letzte Woche haben wir doch über Torben geredet, ne? Meinen Nachbarsjungen. Ja. Und plötzlich sehe ich so in den YouTube-Kommentaren jemanden, der schreibt, Ja, Torben, wo du damals erzählt hast, dass du gerne, dass du irgendwie Nudeln gegessen hast und er es überhaupt nicht cool fand zum Frühstück. Ja, habe ich auch gesehen. Und ich so, oh mein Gott, das habe ich im Podcast erzählt. Das wusste ich gar nicht mehr. Ja. Ist so krass. Ja, Joey, wir reden jede Woche anderthalb Stunden gefühlt. Das kannst du nicht alles merken, was du da erzählst. Ja, dass die Menschen alles von uns wissen. Ja, das ist schon komisch, ne? Oh mein Gott. Warum können die sich das so gut merken, ist halt die Frage, ne? Ja, aber ich verstehe es, weil ich habe das auch bei Podcasts, die ich höre, wenn die da irgendwie was doppelt erzählen, was sie vor zwei Jahren schon mal erzählt haben oder so, bin ich auch so, I don't know. Ja, aber du kannst so in so bestimmten Abständen, kannst du Podcasts auch nochmal von vorne anfangen und es fühlt sich so an, als würdest du den zum ersten Mal hören. Also so geht es mir zumindest. Nee, also ich höre da schon immer sehr, sehr stark zu. Du machst ja immer was dazwischen und gehst halt auch immer aus dem Raum raus und so, ne? Ich höre schon immer wirklich, ich nehme den Hand auch mit. Ja, ich mache halt so, ich mache halt Sport dabei oder bin im Auto und da muss ich mich auch manchmal konzentrieren, wenn irgendwie eine heikle Situation ist und manchmal kriegst du dann halt einfach Stellen nicht so richtig mit. Ja, ich spule dann zurück. Echt jetzt? Ja, aber weil ich halt dann auch will, dass es länger dauert, weißt du? Ja, das stimmt. Es gibt aber auch so Leute, die extra auf höherer Geschwindigkeit Podcasts hören, damit sie schneller und mehr konsumieren können, wo ich mir denke, das ist ja absolut weird. Nee, ich mache das auch so langsam wie möglich, damit ich so lange wie möglich was davon habe. Du so auf 0,25 Geschwindigkeit. Ja, aber weil ich halt auch nicht so viele Podcasts habe, die ich höre, weißt du? Ja, ja. Ja, geht mir auch so. Also bei mir ist schnell dann wieder vorbei und dann ärgere ich mich, dass ich für die Woche nichts mehr habe. Genau. Ja, okay, also. Deswegen spule ich lieber zurück. Wenn du jetzt ein Brettspiel mir empfehlen müsstest, also jetzt mal angenommen, ich kenne keins, wenn du dein Favorite Brettspiel of all time… Das kann ich nicht, das kann ich nicht. Doch, komm. Was fällt dir als allererstes ein? Was macht dir immer Freude? Was mir immer Freude macht? Uno macht mir immer Freude. Ja? Muss ich echt sagen. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich dann so… Ich finde es mega funny, wenn man das dann so spielt, dass man sich gegenseitig verarscht. Dass man so schummelt, aber halt, dass man weiß, sodass geschummelt wird, weißt du? Nee, das verstehe ich nicht. Ich habe letztes Jahr ganz viel am Frühlingsset gespielt. Da haben wir die ganze Zeit in den Pausen haben wir Uno gespielt und dann immer wieder so, anstatt, wenn irgendwie eine rote Vier da war, eine gelbe Vier draufzulegen, hat man dann einfach eine gelbe Drei draufgelegt und so geguckt, ob die andere Person es merkt, weißt du? Und dann am Ende des Spiels, also wenn die es nicht gemerkt haben, haben wir dann immer so gesagt, also ich habe dreimal geschummelt, wie oft hast du? So, weißt du? Ja, okay. Das macht es dann irgendwie noch lustiger und wenn sie es dann merken, dann ist es auch funny. Also es ist so nochmal ein ganz anderer Adrenalinkick irgendwie, so dieses, klingt total dumm, aber es macht voll Spaß irgendwie, mach mal, es macht Spaß. Okay. Nee, also zum Beispiel mit Wolfgang könntest du das nicht so spielen, der hasst das ja, wenn so ungerecht gespielt wird, findet er ganz gut, dann wird der sauer. Ja, aber wenn du es halt, also, ja, ja, safe, also wenn ich es einfach so machen würde, dann fände ich es auch scheiße, wenn man einfach schummelt, so, weißt du? Aber wenn es eine Spielregel ist, dass man schummeln kann, wenn es der andere nicht mitbekommt, dann ist es witzig, meinst du? Genau, ja, genau, dann ist es witzig, weil da muss man noch aufmerksamer sein, weil sonst an sich ist das ja ein No-Brainer-Spiel an sich, ne? Ja, schon. Also da muss ja jetzt nicht so viel deinen Kopf anstrengen. Ist auch manchmal wichtig, so ein No-Brainer-Spiel. Ja, das stimmt. Ja. Na gut. Und du? Oh, ich glaube bei mir, ich weiß nicht, ob du das kennst, weil das heißt in jeder Region ein bisschen anders. Kennst du dieses Spiel, wo du mit drei Karten auf eine so hohe Zahl wie möglich kommen musst? Mit so einem normalen Skatkartenspiel. Das heißt, da wo ich herkomme, heißt das Schwimmen. Und du kannst mit drei Assen kannst du auf 33 kommen. Ja. Und das ist quasi das Höchste. Oh ja, das… Schwimmen oder Knack. Knack heißt das bei mir auch in der Familie. Nee, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und das spielen wir immer zu Weihnachten und das hat immer so einen ganz besonderen Vibe dann, weil wir es halt auch wirklich nur zu Weihnachten spielen und irgendwie ist das immer so richtig, ich verbinde da immer richtig viele, richtig was Positives mit. Finde ich schön. Ja, cool. Und das finde ich auch geil, dass man mit so Skatkarten kann, man so verschiedene Sachen spielen. Ja, voll. Für mich sind das auch keine Skatkarten, für mich sind das immer Mau-Karten. Ja, aber die sind wirklich so vielseitig, die kann man, also es ist eigentlich immer geil, so ein Kartenspiel mitzuhaben. Ja, finde ich auch geil. Hatte ich eine Zeit lang auch mal, ich hatte so ein Mini-Kartenspiel, das war wirklich so groß. Oh, geil. Das war so ein Viertel von einem richtigen Kartenspiel. So groß wie ein Ü-Ei? Noch kleiner. Also wie das Gelbe vom Ü-Ei, das Innenleben. Ach so, nee, schon ein bisschen größer, aber schon sehr, sehr klein, also wirklich klein. Das war total süß, das konntest du in deiner kleinsten Tasche mitschleppen, ich habe es aber verloren. Ich habe es auf Bali gekauft. Oha. Julia, wir sind nächstes Jahr, können wir das sagen? Wir sind nächstes Jahr, nächstes Jahr sind wir zusammen viel unterwegs. Wir brauchen Karten. Müssen wir uns jetzt schon mal. Ja. Ja, ne? Machen wir. Wir machen beide in unser Gepäck. Wir packen das jetzt schon und wir tun beide so einen Stapel Karten rein. Okay, machen wir so. Perfekt. Okay, Julia, ich habe ein dickes Follow-up für dich. Okay. Follow-up. Wir haben letzte Woche über Namen oder, ja doch, über Namen von Gegenständen geredet, die eigentlich keine Vornamen sind, aber die sich wie Vornamen anhören. Wie zum Beispiel … Du meinst Wörter mit Bedeutung, weil es sind nicht unbedingt Gegenstände. Ja, Wörter mit Bedeutung, die eigentlich keine Vornamen sind. Wie zum Beispiel Veranda oder Aioli. Und dann haben wir versucht herauszufinden, wie diese Person aussehen würde und wie ihre charakteristischen Eigenschaften wären. Oh fuck, was haben wir gemacht? Ne, wir haben nichts Schlimmes gemacht, glaube ich. Okay, gut. Gut, ich dachte schon. Aber wir haben ja unsere Vorstellung zum Namen Clara geäußert, ne? Und es ist absurd, wie viele Claras mir erstes geschrieben haben, die meinten, akkurat getroffen. Ja? Ja. Oh mein Gott, geil. Und was ich richtig … Mir haben so viele Christinas geschrieben. Die sauer waren. Mit traurigen Emojis. Ja, teilweise habe ich wirklich … Teilweise habe ich Chats bekommen, nur mit so einem traurigen Emoji. Und dann habe ich geguckt, wer mir das geschickt hat. War es eine Christina? War nicht so witzig. Aber lustigerweise war es bei mir die Leonis. Aber einfach nur ein trauriger Emoji, sonst nichts in dem Chat. Nur das. Ja, bei mir haben sich auch einige Leonis angegriffen gefühlt. Aber, Leute, hier an dieser Stelle nochmal, wir meinten das natürlich nicht ernst, ne? Natürlich nicht. Also, ich könnte niemals anhand eines Namens sagen, ich finde dich kacke. Also, das wäre ja absolut eklig oberflächlich. So sind wir natürlich nicht. Und es war natürlich witzig gemeint. Also, freut euch über euren Namen. Haben das Menschen ernst gemeint? Also, ich hatte schon so ein paar Leonis in den DMs, die mir dann so geschrieben haben, Hä? Leoni ist so und so eine Sprache und steht für Löwe, für einen starken Löwen. Was kannst du daran nicht gut finden? Irgendwie so. Oh. Also, eine Leoni. Ja, ne? Also, no offense, aber komm. Ja, Leonis da draußen, wir finden euch alle toll. Aber wir müssen auch nicht jeden Namen geil finden, ganz ehrlich. Außer ihr seid so. Sorry, dann aber auch nicht. Also, pass auf, Julia. Ich habe heute zu diesem Thema zwei DMs bekommen. Und diese DMs kamen quasi zur gleichen Zeit genau hintereinander. Es war keine DM dazwischen oder so. Und wir beide kriegen ja schon relativ viele DMs am Tag. Und das war so gruselig. Weil, pass auf, ich lese jetzt DM Nummer eins vor. Hey, im Podcast habt ihr ja eine Clara beschrieben. Und das ist genau meine Freundin. So, das hat Lilly geschrieben. Kurze nachschreibt Marlina. Hallo Joey, in eurem Podcast habt ihr ja über eine Clara geredet. Und gesagt, wie ihr sie euch vorstellt. Und wie sie aussieht. Meine beste Freundin sieht genau so aus. Also, Clara haben wir wirklich eins zu eins getroffen. Clara ist halt auch einfach, ja, das ist auch ein Fact. Also, jede Clara, die nicht so aussieht, die sollte sich einfach umbenennen gehen. Und ich habe mir jetzt Folgendes überlegt, Julia. Wie witzig wäre es, wenn unsere ZuschauerInnen uns ihren Namen, so halbwegs ihr Aussehen beschreiben, und so ein paar charakteristische Eigenschaften. Und wir machen, wir spielen jetzt dieses Spiel immer, so von wegen, keine Ahnung, ein Karl schreibt mir eine Nachricht, von wegen ich sehe so und so aus. Und, keine Ahnung, gehe bei bestimmten Sachen schnell an die Decke, keine Ahnung. Irgendwie so ein paar charakteristische Eigenschaften. Und dann sage ich zu dir, wie stellst du dir so einen Karl vor? Und dann musst du quasi das erraten. Wäre das nicht witzig? Ja, das wäre witzig. Ich glaube nur nicht, dass wir das zu oft machen können, weil sonst sind wir doch die oberflächlichen Idioten. Ja, aber wenn wir sagen, also ... Aber so ein Ründchen nächste Woche können wir schon machen. Finde ich schon gut. Können wir machen, oder? Also Leute, beschreibt euch mal. Ja, macht mal. Schickt uns mal ein paar DMs. Das fänden wir cool. Hast du dir aber neue Namen überlegt? Ich habe mir neue Namen überlegt, die sich ... Neue Wörter, die coole Namen wären, oder hast du dir von unserer Community helfen lassen? Ja, also Julia, ich lese einfach mal ein paar vor, ja? Was halten wir von dem Namen Möhre? Möhre? Möhre. Möhre habe ich direkt ein Bild vor Augen. Ja, ich auch. Aber ich finde, Möhre ist kein Wort, wo ich sagen würde, okay, das könnte ein richtiger Name sein. Möhre ist für mich ein Spitzname. Nee, ich finde, Möhre ist ein richtiger Name. Es gibt doch auch Dörte oder sowas. Stimmt. Ich finde, Möhre ist voll ein richtiger Name. Möhre ist so eine Kräuterhexe, so ein bisschen angehaucht. Hä, Möhre ist für mich ein Kerl. Nein, Möhre ist eine Frau für mich. Nee, Möhre ist für mich irgendwie ein Typ. Möhre ist für mich so ein kleiner Nerd. Die hat auf jeden Fall auch so, die hat jetzt nicht wirklich Make-up oder so viel im Gesicht. Orangene Locken. Ja, die ist so orange, natürlich, eine Möhre. Und die ist auch so ein bisschen naturbelassen eher. Die hat auch eine Brille und zwar eine runde. Und Sommersprossen. Und einen Nasenring hat sie auch. Ja, und die trägt sehr, sehr farbige Kleidung. Sehr, sehr bunt ist die immer unterwegs. So eine kleine Öko-Tante ist Möhre. Ja, aber eine süße. Ja. Ja, die hat so eine Stupsnase trotzdem. Vor allem trotzdem. Ja, doch. Unterschreibe ich. Okay. Was halten wir von Anabolika? Was? Anabolika? Steroide. Ja, ja. Ja, doch. Safe. Ja, Safe könnte absolut ein Name sein. Anabolika ist aber eine Böse, ne? Anabolika hat keine guten Absichten. In jeglicher Form. Ja, Anabolika ist wie so eine Annalena. Also, sorry, es ist wieder ein Namensshaming. Aber Annalenas sind auch immer fies. Oh, Annalenas sind auch so von oben herab so Strebertanten, ne? Ja, genau. Die dich immer, wie sagt man, verbessern. Ja, genau. Und das ist auch eine Anabolika. Ja. Aber Anabolika ist noch fieser. Die hat so richtig, die hat dich von vornherein, egal was du gemacht hast, die hast dich, eine Anabolika. Die hat dich absolut auf dem Kieker. Wie sieht die aus? Und die hat dich nicht nur auf dem Kieker, die nutzt es auch aus. Boah, Anabolika ist für mich. Kennst du das, wenn Menschen so ein fieses Gesicht haben, wo du direkt schon merkst, okay, das ist eine Zicke? Ja, und die haben auch, die zeigen wenig Emotionen, ne? Die lachen nicht viel, die gucken aber jetzt auch nicht böse oder so. Die sind immer so sehr neutral. Ja, doch, die haben schon so ein Resting-Bitch-Face. Ja, genau. Aber das ist ja auch so neutral irgendwie. Das ist jetzt nicht so von wegen, ich hasse dich mäßig, von dem Gesichtsausdruck. Aber jetzt auch nicht von wegen, ich mag dich. Sondern es ist so ein, du kannst Anabolika gar nicht deuten. Ja, ja. Aber im Endeffekt stellt sie sich dann doch als fiese Schlange raus. Ja, voll. Auch so eine kleine Narzisstin, oder? Aber woran, an welchen richtigen Namen kommt Anabolika am ehesten dran? Angelika wahrscheinlich, ne? Ja, Angelika. Obwohl ich Angelika eigentlich nicht so sehe. Ja, doch, ich kenne Angelika und die ist auch so eine Anabolika. Okay, aber was ist jetzt mit einer Vaseline? Oh, ja, Vaseline habe ich auch schon öfters gelesen. Aber Vaseline finde ich irgendwie gar nicht so strong. Ich weiß auch nicht. Nee? Ich weiß nicht. Okay, pass auf, ich habe noch einen für dich. Was ist eine Paprika? Nee, Paprika ist so ein Name wie Philippa. Finde ich ganz schlimm. Wären wir wieder beim Namenshaming, ne? Ja, sorry, aber ist ja auch nur meine subjektive Meinung. Ich würde mein Kind niemals Philippa nennen. Ich würde mein Kind auch niemals Paprika nennen. Ich fände es so witzig. Paprika! Ich denke halt voll schnell an meine Tante bei Paprika. Echt? Ja. Wie ist deine Tante so? Ja, da kann ich jetzt nicht drüber reden, weil eventuell hört ihre Tochter zu. Ja, okay. Dann hören wir nicht. Nee, aber irgendwie, ich weiß nicht. Eine Paprika hat auf jeden Fall einen kurzen Schnitt. Sind wir uns da einig? Ja. Eine Paprika lacht viel, die ist so … Ja, aber auch ein bisschen zu viel. Ja, genau. Und auch ein bisschen zu laut. Ja, aber nee, wir können jetzt nicht weiterreden. Ich darf jetzt nicht meine Tante beschreiben. Aber ich mag dich sehr, Tante, falls du das hörst, zufällig. Tante Paprika. Okay. Okay, warte mal, habe ich hier noch einen eher männlichen Vornamen? Mhm. Wie fändest du Nikotin? Ja. True. Ja, doch. Legit. Ja, und? Wie stellst du dir denn vor? Aber … Boah, wie stelle ich mir Nikotin vor? Das ist eine gute Frage. Weiß ich irgendwie gerade nicht. Es ist doch auch … Der Name Nico ist ja auch … Es kann ein richtiger Name sein, aber es kann auch ein Kürzel sein, ne? Wie heißt Nico in Lang? Nikolai oder so, ne? Nikolas könnte sein. Nikolai, Nikolas. Ja, stimmt. Aber ich finde, Nikotin ist so eine Mischung aus Nikolas oder wie auch immer, also Nico und es gibt ja auch Konstantin. Ja. Und das zusammen ist Nikotin. Ja, safe. Und deswegen, ich glaube, genau deshalb kann ich mir keinen richtigen Menschen vorstellen, weil ein Nikolas ist für mich so ein kleiner Assi-Typ, weißt du? Und Konstantin ist so ein Anständiger, ne? Ja, und Konstantin ist so komplett das Gegenteil. So ein Akademikersohn. So einer mit so einem richtig fetten Stock im Arsch. Ja, genau. Aber ich glaube, deswegen ist Nikotin eine gute Mischung. Ich glaube, Nikotin ist the best of both worlds, weißt du? Der ist trotzdem verlässlich, auch wenn er manchmal so ein paar crazy Sachen macht. Und also so, der… Der hat auch so einen lässigen Style und so eine crazy Friese. Der ist crazy, aber geht nicht zu weit, weißt du? Der ist eigentlich ein cooler Typ, Nikotin. Ja, ja, voll. Manchmal schlägt er über die Stränge, aber ich glaube, er ist ein guter. Er fängt sich immer noch im richtigen Moment. Ja, genau. Ja, ja. Das ist Nikotin. True. Ich kenne sogar einen, der absolut Nikotin heißen könnte. Von dem, was wir gerade beschrieben haben. Wie heißt er eigentlich? Kannst du nicht sagen? Nee. Okay, schade. Oder? Aber du weißt, wen ich meine, oder? Nein. Nein? Nee. Ja, findest du eher? Ja, finde ich schon. Oder? Stimmt, ja. Das müssen wir rausschneiden an der Stelle, glaube ich. Ein bisschen zu Matsch gerade, oder? Weiß ich nicht, ob das zu Matsch ist. Nee, können wir drin lassen. Ist halt nur ein mieser Cliffhanger für die Leute jetzt. Ja, komm, können sie mitleben. Was ist eine Margarine für dich? Oh. Das ist auch ein stronger Name, oder? Margarine. Margarine. Könnte safe ein Mädel sein. Margarine. Boah, ich habe eine richtige Margarine vor Augen. Margarine ist so eine Mutti. Eine Mutti? Nee, die eigentlich noch relativ, also ich stelle mir eine vor in unserem Alter, die aber sich schon so ein bisschen verhält wie so eine Mutti, wie so eine stampfende Mutti, weißt du? Die auch so Fotos aus so einem Winkel macht, wie so eine Mutti das machen würde und dann so nach unten lächelt, weißt du, und dann so ganz doll nach oben guckt und dann die Brille auch immer so ein bisschen zu weit oben hat, dass man die Augenbrauen nicht mehr sieht, weißt du? So eine Mutti. Nee, bei einer Margarine, denke ich, habe ich direkt geflochtene Zöpfe vor Augen irgendwie. Ja? Und ich habe so eine Natur, also nicht so eine Natur, aber so eine, die auf jeden Fall aus dem Dorf kommt, einer Margarine, und die ist mit ihren Eltern jeden Winter auch in den Skiurlaub gefahren. Weißt du? Die ist auch so ganz, ganz familienbezogen. Die macht auch mit Mitte 20 ist die noch ganz, ganz viel mit ihrer Familie unterwegs und die machen so Wochenendausflüge. Ah, so eine Zurückgebliebene, meinst du? So wollte ich es jetzt nicht ausdrücken. Nee, aber irgendwie. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Das war gerade so asozial. Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, manche verbringen halt gerne Zeit mit ihrer Familie und manche nicht so. Ist aber auch vollkommen okay. Ja, nein, oh mein Gott, ja, das meine ich auch nicht so. Aber weißt du, so eine, die noch so zu sehr 16 ist, obwohl sie schon 26 ist? Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, genau. So ist es eine Margarine. Oh Gott. Und Margarine hat auch ein bisschen zu viele Haustiere. Sorry, Leute. Ja, Rennmäuse auch, ne? Nee, eher Kaninchen. Nee, ein Hamster. Nee, Kaninchen hat die. Und zwar so draußen Kaninchen hat die, ja. Ja, okay. Ja, dann weiß ich auch nicht, wer Margarine ist. Aber würdest du sagen, Margarine ist mit Möhre befreundet? Margarine ist safe mit Möhre befreundet. Mhm. Margarine würde aber, wie heißt er denn jetzt, Nikotin total, die würden sich gar nicht verstehen. Ganz schlimm finden. Die würden ihn ganz schlimm finden. Sie hasst Nikotin. Und Nikotin nimmt Margarine gar nicht wahr. Der weiß gar nicht, dass sie existiert. Oh nein, ja, genau so ist es. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob wir die Leute damit gerade richtig abfacken oder ob die es witzig finden, was wir hier labern, ne? Ich weiß es auch nicht, aber wir müssten eigentlich mit diesen Namen, müssten wir so einen Film plotten. Wir sind gerade wirklich schon dabei, die alle miteinander zu verbinden. Irgendwann ist es so eine Serie. Oh weia, ey. So geht es halt SZ nur mit solchen Namen. Okay. Ja. Ha. Das ist doch schön. Bist du ready für das letzte Follow-up, was ich für dich habe? Yes, I am. Follow-up. Und zwar haben wir uns ja darüber beschwert, dass die Obst- und Gemüseabteilung immer ganz am Anfang vom Supermarkt meistens ist und es voll nervig ist, dass man dann die ganzen schweren Sachen in seinem Beutel drüberlegen muss und alles zermatscht, weil man ja logischerweise zuerst das Obst und Gemüse dann einlädt. Und wir haben ja auch darüber geredet, warum das so sein könnte und wir waren quasi genau richtig, Julia. Wir haben keine Scheiße gelabert mit unserer Theorie, denn Carla hat geschrieben, wir haben das Thema mal in der Schule durchgenommen und Dokus dazu geschaut. Ihr wart mit eurer Vermutung schon in der richtigen Richtung. Das liegt daran, dass durch das frische Obst und Gemüse mit den schönen knalligen Farben die Geschmacksknospen angeregt werden und man so Lust und Hunger bekommt und so viel wie möglich kauft. Das mit der Atmosphäre ist aber auch noch ein Grund. Der Kunde fühlt sich sofort wohl und das Unterbewusstsein denkt, dass alles in diesem Laden gut und lecker ist. Ja. Also es ist komplette Psychologie der Scheiß. Die denken überhaupt nicht als Praktischer. Ja, die Wichser. Aber verstehe ich auch. Ja. Wie gesagt, das meinte ich ja letztes Mal mit diesem Marketing, ist leider der Grund, der halt alles andere entkräftigt, weil es ist wirklich wahr. Also unabhängig davon, dass die einen verarschen wollen, in Anführungszeichen, dass man halt mehr Bock hat zu kaufen. Ich finde es, also allein für mein Einkaufserlebnis möchte ich es ja auch lieber so haben. Ja. Also zwar nicht mit dem Rumkraben dann am Ende, aber so grundsätzlich finde ich es ja auch so besser. Ich denke mal auch, dass ich mich auch schlechter, ich würde mich schlechter fühlen, wenn ich in einen Supermarkt gehen würde, wo es irgendwie anders sortiert wäre und ich zu den Konserven reinkommen würde. Ja, man will halt die Erasko-Hühnersuppe auch nicht als erstes sehen. Voll. Ist halt so. Ja. Gut, Julia, bist du ready für fünf knackige Fragen an Julia Beautix? I am so fucking ready. Oh Gott, was war das? Ja, vergessen wir das. Ich bin bereit. Wir waren bei den Namen gerade schon oberflächlich, deswegen dachte ich, wir können auch direkt oberflächlich bleiben mit unserem wunderschönen R-Ess-10-von-10-Spiel. Ja, okay. Du dachtest was? Ich dachte, jetzt kommt was Deepes. Ach so, nee, nee, mh, mh, sorry. We stay oberflächlich today, great. Julia, er ist eine 10 von 10, aber möchte später auf jeden Fall auswandern. So oberflächlich ist es nicht, oder so, so, so. Das ist nicht oberflächlich. Naja, gut, aber. Einfach eine 0 von 10 dann. Ui, echt? Ich will nicht auswandern. Also du sagst dann sofort, okay, Abbruch, ich finde dich super, super geil auf allen Ebenen, aber wenn du auswandern willst, dann ciao. Wohin will er denn auswandern? Das ist, glaube ich, nochmal die Sache. Ja, auf jeden Fall aus dem Land. Ja, aus dem Land oder aus dem Kontinent? Ja, okay, sagen wir mal, es ist nicht in ein Nachbarland von Deutschland, sondern etwas weiter weg. Aber könnte auch Spanien sein, Italien, keine Ahnung, Polen, nee, Polen nicht. Weiß ich nicht, ich glaube, ich könnte das nicht. Ja, okay. Wirklich dann aber direkt 0 von 10? Ja, nee, nicht 0 von 10, aber was bringt, also es bringt mir ja nichts, weißt du? Das wäre dann, das wäre dann eine Liebelei. Aber mehr wäre es dann auch nicht. Also du würdest das dann direkt so ranken von wegen, okay, von mir aus jetzt, wenn wir gerade cool damit sind, dass wir einfach nur Spaß damit haben, dann lass es so machen. Aber für was richtig Ernstes, never. Nee, also, oh Gott, das klingt jetzt auch schlimm, aber. Naja, wenn beide damit fein sind, dass man weiß, es hat ein Ablaufdatum, dann ist es ja nicht schlimm. Ja, aber das könnte ich nicht, ich könnte sowas nicht, dass ich weiß, dass es hat ein Ablaufdatum. Weil du zu schnell Gefühle entwickeln würdest oder weil es einfach nicht in deiner Natur läge? Nee, läge nicht in meiner Natur, glaube ich. Weiß ich nicht. Also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, wirklich zu wissen, dann und dann ist das vorbei, weil das wird eh nichts zwischen uns, aber lass mal so lange so tun, als wäre was, weißt du? Ich glaube, das kannst du auch nicht. Also ich glaube, viele Leute können das ganz gut, einfach diese Gefühle nicht entstehen zu lassen, aber ich könnte das auch nicht. Also wenn ich mich darauf einlassen würde, dann würden auch irgendwie die Gefühle dazukommen, vor allem, wenn er eine Zehn von Zehn ist, weißt du? Ja, ja, eben. Also ich könnte das definitiv nicht. Und deswegen wäre diese Option für mich halt auch gar nicht da, wenn ich weiß, okay, it's gonna end anyways, weil unsere Leben und unsere Vorstellungen passen überhaupt nicht zusammen, dann ist es so, ja, wofür? Nee, dann investiere ich da gar keine Zeit rein. Aber guck mal, er ist angenommen genauso alt wie du und er hat jetzt noch keinen Masterplan und selbst wenn er den hätte, heißt es nicht, dass er da hinkommt, weil der ist auch schon relativ utopisch, sag ich jetzt mal. Aber er sagt, irgendwann, ich weiß zwar noch nicht wann, aber irgendwann lebe ich in Indien. So, aber du weißt eigentlich jetzt an dem Punkt, wo ihr gerade seid, dass das noch viele Jahre in der Zukunft liegt. Würdest du dann trotzdem sagen, ach, das ist jetzt gerade so sein Hirngespinst, wenn er mich erstmal hat, wird er das nicht mehr denken oder irgendwie sowas? Ja, das ist halt dumm. Sowas sollte man niemals machen. Das ist halt genau das Ding. Du solltest niemals davon ausgehen, okay, ich kann das noch ändern oder das wird er schon dann irgendwann nicht mehr wollen. Das ist genauso wie, wie wenn irgendwie der Typ zu dir sagt oder das Mädel andersrum, was auch immer, ich will gerade nichts Ernstes und du dir denkst, ach, der verliebt sich schon noch in mich. Ja, ja, ja. Das ist total dumm. So, du machst dich doch selber nur komplett kaputt. Ja. So, also deswegen würde ich damit schon gar nicht erst irgendwie anfangen. Das stimmt. Wenn du weißt, du willst was Ernstes und die andere Person sagt, für mich kommt was Ernstes gerade nicht in Frage, aber wir können so lose erstmal weitermachen, das ist für mich auf jeden Fall ein deutliches Indiz für, nee, hier machst du nicht weiter. Ja, voll. Ich wollte gerade sagen, don't touch it. Ja, don't touch it as well, ganz ehrlich. Das ist halt echt so. Und viele sind nicht so vernünftig, das verstehe ich auch. Das braucht ja auch viel Willenskraft, ne? Wenn du halt dich einmal verguckt hast, dann ist es fucking schwer, das nicht zu ignorieren. Absolut, das ist super, super schwer. Deswegen, ich kann das auch nachvollziehen, dass super viele so denken, dass sie so sind, ja, ach, vielleicht verliebt er sich ja doch in mich oder sie. Aber wenn es um sowas geht und die Person halt wirklich sagt, mein Traum ist es, irgendwann in Indien zu leben und ich aber sage, ich möchte für immer in Deutschland eine Stunde von meiner Familie entfernt wohnen. Ja, dann würdest du wirklich sagen, okay, dann reden wir an der Stelle nicht weiter. Dann würde ich mich versuchen, selber davor zu schützen. Ich weiß nicht, ob ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich realistisch gesehen wirklich so vernünftig wäre. Wenn ich den wirklich 10 von 10 finde, dann würde ich mir vielleicht auch erstmal versuchen, einzureden. Vielleicht ändert er seine Meinung ja noch. Indien hat ja auch coole Ecken, ne? Ne, das nicht. Also ich wäre auf jeden Fall komplett bei, vielleicht will er dann doch noch in Deutschland bleiben mit mir. Aber grundsätzlich, ja, ne. Then it's not gonna happen. Ja, krass. Ist ja aber auch richtig so. Aber was ist er denn dann jetzt von dir? Ne, 6 von 10, glaube ich. Und bei dir? Also das Ding ist, ich, ich hab ja auch... Du bist ja gar nicht so krass anti. Ja, also das Ding ist ja bei mir auch, dass ich, also guck mal, ich sag schon, seit ich klein bin, dass irgendwann ich aus meinem Fenster gucken werde, in meinem Haus oder wo noch oder was auch immer das ist und eine Palme im Garten steht. Und deswegen ist das schon so eine Fantasie schon immer von mir, dass ich, dass ich irgendwann mal dort wohne, wo es warm ist. Und ich hab auch im letzten Jahr ganz, ganz viel mit diesem Gedanken gespielt, wie wäre das und so weiter. Und ich glaube, ich muss es auch mal probieren. Aber bei mir ist es aber trotzdem nicht so in Stein gemeißelt, glaube ich. Ich glaube, am Ende des Tages sind es dann doch andere Sachen, wo ich jetzt schon weiß, die sind mir wichtiger im Leben als nur das Klima, in dem ich lieber wohnen wollen würde. Aber ich muss schon sagen, immer wenn ich in den Tropen bin, wenn ich in den Tropen bin, denke ich mir so, hier gehöre ich her. Das ist, this is my home. Crazy. Andererseits schätze ich auch Deutschland super dafür, dass hier so viel besser funktioniert und man so viele Vorzüge hat. Allein, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, es gibt tausend Sachen. Genau das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich mir nicht vorstellen könnte, auszuwandern. Weil es hier einfach so viele Vorteile gibt. Dann kann ich auch einfach mehrmals im Jahr in Urlaub fliegen und mich dann richtig doll freuen, an diesen Orten zu sein und dann aber mein Zuhause mit meiner Krankenversicherung mit viel Sicherheit und allem zu Hause zu haben in Deutschland. Das wäre, glaube ich, schon einer der Gründe und meine Familie halt. Aber ich ärgere mich schon regelmäßig darüber, warum genau in den gemäßigsten Zonen sich die Zivilisation so zuerst gebildet hat. Und das hier auch so dieses, warum ist das westliche Leben, in dem wir ja auch leben, warum ist das da, wo es kalt ist? Warum denn nicht am Äquator, wo es geil ist? Oh, jetzt ist er sauer. Ja, du meinst, warum sich genau in Deutschland zum Beispiel das so gebildet hat, dass es so ein System hat und nicht jetzt in Thailand. Und ich will ja gar nicht sagen, dass in Deutschland alles kacke ist. Im Sommer liebe ich Deutschland. Aber sechs Monate im Jahr ist es absolute Schweinekacke. So, weißt du? Da brauche ich nicht hier sein. Ja, also ich finde mal Kälte und mal ein bisschen ungemütliches Wetter finde ich schon schön. Aber es ist zu lang. Ich finde das auch. Ja, wie gesagt, gerade finde ich den Herbst sogar auch noch ganz geil. Aber ich weiß schon ganz genau, in vier Wochen, wenn es auf einmal um 16 Uhr dunkel wird, denke ich mir so, was soll denn dieser Blödsinn? Also warum leben wir hier? Naja, verstehe ich. Einfach mal am Äquator leben. Who knows? Maybe one day. Okay, Julia, jetzt bin ich richtig gespannt. Oh, ich hoffe wirklich, dir fällt direkt was ein. Ich finde diese Frage nämlich richtig geil. Ich bin richtig stolz drauf. Die ist mir heute beim Gassigehen gekommen. Und zwar, wenn du eine bestimmte Sorte Cornflakes wärst, welche wärst du? Hä? Die ist doch mega gut. Ich wusste es bei dir auch sofort. Ich habe gerade auch direkt was im Kopf gehabt. Aber ich weiß nicht. Hast du was bei mir im Kopf? Bei dir? Ja. Okay, komm. Ich fange mal an und sage, was du bist, okay? Okay. Und ich hoffe, du kennst die jetzt. Du bist so ein Honey-Pop. Diese Honig-Pops. Weißt du, wo auf der Verpackung diese Bienen drauf sind? Das sind diese runden, gelben Bälle, die so nach Honig schmecken. Ah, ja. Aber die schmecken doch scheiße, oder? Na, hä? Oh, du hast wahrscheinlich gar keine Meinung zu dem Thema. Ich bin wirklich, was Cornflakes angeht, bin ich wirklich absolut kein Profi. Hä? Aber als Kind auch nicht? Hast du keine Cornflakes gefeiert als Kind? Doch, voll. Und deswegen hatte ich auch direkt, ähm. Aber das ist so, ich finde, das ist so arrogant irgendwie, das zu sagen. Ich hätte Cinny-Minis gesagt irgendwie. Nein. Äh, ich bin Cinny-Mini. Aber du bist ein Cinny-Mini? Warum ist das jetzt aber arrogant? Weiß ich nicht. Weil du keine Fake-Marke bist. Du bist kein Nougat-Bit, sondern du bist das Echte, oder wie? Nee, weil Cinny-Minis ist sowas, das irgendwie, wie hier letztens hier, wie hat sie gesagt? Lotta, wie heißt sie? Keine Ahnung. Das ist so Basic, aber geil. Und irgendwie Special, aber trotzdem nicht. Was soll ich meine? Ja, es ist aber schon besonders, weil es mag nicht jeder Zimt. Weißt du, was ich finde, was das... Aber Cinny-Minis schon. Nicht jeder mag Zimt, aber jeder mag Cinny-Minis. Wer mag ja keine Cinny-Minis. Ich glaube, das Allerbasicste an Cornflakes sind diese ganz normalen Kellogg's Frosties. Die, wo der Tiger drauf ist, weißt du? Uh, weißt du, was ich aber auch geil finde? Kellogg's Special K. Boah, das ist jetzt nur, weil du so auf seinem Healthy Trip bist. Das sind die, die einmal an den Tisch schmecken. Nein, ich finde die überhaupt nicht. Ich finde die richtig lecker. Ja, weil da kein Zucker dran ist und weil man die... Nein, die sind wirklich lecker. Oh ja, also sorry, da brauchen wir jetzt aber nicht weiter drüber reden. Wir reden... Guck mal, denk mal an deinen Kinder-Ich zurück. Da fandest du das Kellogg's Special K nicht geil. Doch, ich schwöre. Wirklich. Okay. Oh nee, das hat mich immer tierisch aufgeregt. Auf der Verpackung waren dann auch immer so Beeren drauf. Und dann habe ich die Verpackung aufgemacht und dann kamen gar keine Beeren raus. Wo ich mir dachte, was ist das für eine Verarsche? Serviervorschlag am Arsch. Ja, okay, aber du hast auch früher... Guck mal, für mich waren das die krassen Cornflakes, wenn ich sie mal bekommen habe, okay? Ich habe nie Honeypops oder Schokobits oder weiß ich nicht was zu Hause gehabt. Nie. Du hattest keine... Kellogg's Special K war mein Highlight. Schokokrispies? Nee, ich hatte immer nur so... Wie heißt die nochmal? Haferflecks. Kennst du die? Ah, nee. Die schmecken nach nichts. Sind das die, die gefakt wurden von Kellogg's Smacks? Das waren doch diese gepufften Haferdinger. Diese gepufften Haferdinger. Aber halt ungezuckert. Ungezuckert? Mhm. Immer die healthy Variante von allem gehabt. Echt? Deine Eltern haben dir... Manchmal habe ich auch Cine Minis bekommen, aber größtenteils ja. Das Kellogg's Special K war mein Highlight, aber ich fand es auch geil. Oder Lion Serials zum Beispiel. Das war ja auch absolut Game Changer, als das rauskam. Wow, ich war ein Cornflakes-Kind und du anscheinend gar nicht. Nee, ich nicht. Also, das war auch so ein Ding, was ich immer nur bei dieser einen Freundin gegessen habe, wo ich auch das Toasty bekommen habe. Wo wir morgens vom Fernseher Chips gegessen haben. Weißt du, die hatte auch immer... Bei der Assi-Freundin gab es ja auch mal Cornflakes. Ey, Julia, ich wäre dein Assi-Freund gewesen. Ja, zu dir wäre ich auch gerne zum Essen gegangen. Ich habe wirklich diese ganze Scheiße mitgemacht, aber ganz ehrlich, bei Cornflakes hätte ich mir das jetzt gar nicht so gedacht, dass das so schlimm ist. Klar, Cornflakes sind so ungesund, das ist auch eine Süßigkeit. Ja, aber ab und zu... Hat meine Mama immer gesagt. Ja, okay. Ist ja aber auch so. Ja, aber alles in Maßen ist dann auch wieder in Ordnung, weißt du? Man darf das jetzt auch nicht alles verteufeln. Ja, natürlich, ich verteufel's ja auch nicht. Aber es ist halt eine Süßigkeit. Ich bin total enttäuscht von dir, dass das jetzt aus dieser Frage geworden ist, Julia. Ja, Entschuldigung. Aber das ist halt mein Leben gewesen. Und du wärst ein Honey-Bzzz-Pop. Weiß ich nicht. Also für mich, guck mal, ich kann halt nur in diesem gesunden Kosmos so richtig was sagen. Für mich wärst du ein Hafer-Crunchy. Die kenn ich auch nicht. Ich hab's sogar hier. Warte mal. Kennst du nicht Hafer-Crunchy? Das sind so diese... Ja, das sind für mich keine Cornflakes. Das ist schon Müsli. Julia zeigt mir gerade so ein bisschen crunchiges Müsli. Aber das ist... Ja. Ich hab immer nur Müsli bekommen. Und das war die süßeste Variante, die ich gekriegt hab. Ja, Julia, ich glaube, das ist eine Frage, da machst du dich einfach jetzt immer weiter unbeliebt. Ich würde sagen, wir kommen so schnell wie möglich zur nächsten. Aber das ist hier gerade eine Experience, die uns ein bisschen voneinander entfernt, als dass sie uns bondet. Ich hab, ey, ich hab dir gerade wirklich ein richtiges Kompliment gemacht. Ich find Hafer-Crunchy mega toll. Du bist eine Hafer... Ich hab gesagt, du bist Hafer-Crunchy. Ja, und dann bist du eine zarte Haferflocke. Aber das ist trotzdem kein... Ah! Wer will denn eine zarte Haferflocke sein? Okay, wir beenden das ja an der Stelle. Kein Bock mehr. Wir reden aber hier über Cornflakes und das sind keine Cornflakes. Okay, Julia, nächste Frage. Gehst du auch nochmal pinkeln, bevor du das Licht ausmachst, um zu schlafen, egal wie dringend du musst? Nö. Und da unterscheiden wir uns halt auch ganz deutlich. Ich bin so eine dumme Pinklerin, wirklich. Eine dumme Pinklerin? Ja, ich bin keine effiziente Pinklerin. Effizient inwiefern? Naja, dass ich halt, bevor ich aus dem Haus gehe, nochmal schnell aufs Klo gehe oder so. Ich geh dann, wenn ich muss. Aber das ist, glaube ich, viel gesünder. Wenn ich 20 Minuten, nachdem ich halt ins Bett gegangen bin, dann wieder muss, ja, dann muss ich halt dann. Ist dann scheiße, aber ich muss halt dann. Wachst du dann noch manchmal 20 Minuten später auf und merkst, oh, jetzt muss ich pinkeln? Nee, das nicht. Ja, okay. Aber hast du das manchmal, dass du aufwachst und dir so denkst, boah, ich hätte auch schon vorm Schlafengehen pinkeln können? Und jetzt habe ich nochmal eine ganze Nacht drüber geschlafen, quasi. Ja. Krass. Und das ist auch nicht so gesund, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ganz gut, um, naja, gut, das ist jetzt auch nur Theorie, aber, äh, mutmaßen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht so gesund ist, wie ich das mache. Ich gehe wirklich, egal wie doll oder wie wenig ich muss, ich gehe nochmal, bevor ich das Licht ausmache, aufs Klo. Selbst wenn ich vorher sogar schon mal so eingenickert bin. Du presst nochmal so raus, oder was? Ja, weil ich Schiss habe, dass ich, ähm, dass ich sonst nicht einschlafen kann, wenn ich ein ganz, ganz kleines bisschen merke, dass ich noch pinkeln muss. Oder weil ich mir denke, oh, dann wachst du nachts auf und musst dann gehen und dann kannst du vielleicht nicht mehr einschlafen. Aber ich bin auch so eine Person, die, ähm, wirklich auch nochmal drauf achtet, muss ich vielleicht ein bisschen pinkeln, bevor ich das Haus verlasse? Weil ich dann vielleicht, wenn ich, ähm, wirklich trinken muss, vielleicht noch nicht kann, weil gerade keine Toilette da ist oder so. Also, ich bin sehr verkopft, wenn es ums Pinkeln geht, generell. Ja, ich halt nicht. Ich halt überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist wieder so ein, so ein Ding, was, was unsere Charaktere einfach wieder beschreibt, dass ich mir keine Gedanken mache und du dir zu viele. Ja, ich bin nicht nur verkopft, wenn es ums Pinkeln geht, das würdest du sagen. Ja, genau. Und ich bin nur nicht, nicht andersrum. Ich wollte das anderesrum sagen. Ich kann gerade nicht mehr denken. Du bist nicht, du, wenn es ums Pinkeln geht, äh, fahrlässig in all deinen Handlungen. Nein, nicht fahrlässig, nur nicht so verkopft. Ich lasse die Dinge auf mich zukommen. Und so lasse ich auch das Gefühl, pipi zu müssen, auf mich zukommen. Und ich muss sagen, ähm, das finde ich sehr, sehr beneidenswert an dir. Das ist eine ganz tolle Eigenschaft und ich möchte, dass du sie niemals verlierst, okay? Danke. Weil ich kann nur davon träumen. Ja, aber manchmal ist es auch gut, sich mehr Gedanken zu machen. Aber es ist ein weit verbreitetes Ding, das mit dem Pinkeln. Also es gibt echt viele, viele Menschen, mit denen ich schon drüber geredet habe, die gesagt haben, ja, bei mir ist das ganz genau so. Ich muss einfach nochmal pinkeln gehen, auch wenn ich merke, so richtig muss ich eigentlich gar nicht. Aber sonst kann ich nicht einschlafen. Wirklich, sonst geht mein Kopf so krass los. Oh, Joy, so langsam. Je mehr wir drüber reden, desto mehr merke ich, dass ich richtig doll aufs Klo muss gerade. Vor Anfang dieser Folge habe ich gesagt, joja, eigentlich muss ich noch nicht richtig, aber wenn ich jetzt nicht pinkeln gehe, muss ich mittendrin. Ja. War so genau so ein Moment. Here I am, jetzt muss ich pinkeln. Ja, hältst du aber noch aus, oder? Ja, halte ich aus. Okay, sehr gut. Für euch. Joja, vierte Frage. Was ist am Prozess des Wohnungputzens der schlimmste Teil? Alles, ich hasse es. Was machst du am ungernsten vom Putzprozess? War das deutsch? Am ungernsten, ja, ja, voll. Am ungernsten, boah, ich kann ja viele Sachen nennen, ehrlich gesagt. Staubwischen finde ich mega nervig, aber Staubwischen, so Staub, mit so einem Staubwedel überall drüber gehen, finde ich überhaupt nicht schlimm, stört mich überhaupt nicht. Aber das bringt nicht, bringt nicht das, was du, also es führt nicht zum Ergebnis, was du haben willst. Genau, ja, es führt nicht zu dem Ergebnis, wie wenn ich wischen würde. Aber wenn du jetzt mit so einem Lappen Staub wischen müsstest, Horror. Horror. Ja, aber auch Satisfying. Aber Horror, weil man muss alles runternehmen, dann wischen, dann warten, bis es trocken ist und dann wieder so. Und dann wieder alles hinstellen. Aber ich glaube, was ich am allerschlimmsten finde, ist den Boden zu wischen. Aber das macht man irgendwie nicht mehr heutzutage, oder? Das macht man nicht, das macht mein Saugroboter. Und ich denke, ach, das reicht. Reicht absolut nicht, aber egal. Aber ich muss echt sagen, Wischen ist so ein Ding, da kriege ich Aggressionen. Weil, egal wo ich lang wische, irgendwann bin ich in so einer Ecke, dass ich dann doch mit meinen Füßen da wieder durchlaufen muss. Und das allerschlimmste ist, beim Ende vom Wischen, also wenn du dann gewischt hast und den Wischer hochnehmen musst, du schaffst es nie, dass der ganze Staub oder die Krümel oder was du aufgewischt hast, dann mit im Wischer bleiben. Sondern es bleibt immer so ein Fleck an Staub und Dreck auf dem Boden, den du dann so richtig unangenehm ... So ein was? Ja, so ein Streifen vom Wischer, wenn es so ein länglicher Wischer ist, weißt du? Ja, genau, so ein Streifen. Ähm, ich hab gerade einen Streifen verstanden, was willst du denn jetzt? Wie geht hier schon wieder los, ey? Würde aber trotzdem gar keinen Sinn ergeben, so ein Streifen bleibt zurück, aber ich find's irgendwie trotzdem lustig. Es ist schon wieder zu spät, dass wir darüber lachen. Vor allem, es ist 19.25 Uhr, es ist gar nicht so spät. Ja, stimmt. Aber ich muss trotzdem ins Bett. Ich auch. Ja, und dann muss man den immer mit so einem Küchentuch oder so noch so extra aufwischen. Und selbst das dauert dann drei verschiedene Versuche, weil bis du alles so oben hast, weißt du? Weißt du, was ich krass finde am Wischen? Ich würde immer so pauschal von mir behaupten, ich bin jemand, der wischt in seinem Haushalt. Aber wenn ich jetzt mal wirklich aktiv darüber nachdenke, wann ich's letztes Mal gewischt habe, dann muss ich dir an dieser Stelle sagen, dass ich in der Wohnung, in der ich jetzt wohne, noch nicht einmal gewischt habe. Ich wusste, dass du das sagst. Weil irgendwie hat sich das so eingebürgert, dass wenn wirklich mal was auf den Boden fällt, irgendwas, was klebt oder so, dann bearbeitest du dann auch nur die Stelle. Aber du kommst doch nicht mehr auf die Idee heutzutage, alles zu wischen und dann wirklich alles einmal so weg und hoch zu stellen, sodass du überall im gesamten Raum wischst. Das passiert bei mir nicht mehr. Ja. Aber ich wünschte, es würde passieren, aber ich krieg das nicht hin. Es passiert irgendwann wieder. Ich krieg das mental nicht hin. Meinst du? Ich hab da keinen Bock drauf einfach. Aber meine Mama ist da wirklich sehr konsequent zum Beispiel. Aber hat die dann auch quasi so innerlich so einen Putzplan, so einmal die Woche wird gewischt oder, keine Ahnung, einmal im Monat? Ich weiß nicht, wie oft man das macht. Keine Ahnung, aber sie macht es schon, ja. Also mittlerweile krieg ich es halt nicht mehr so oft mit, aber früher, ja, doch. Muss man meine Mutter fragen. Das war schon ein regelmäßiges Ding. Oder mein Vater. Die sagt mir auch regelmäßig, beziehungsweise als ich noch in der, also, oh mein Gott, übrigens morgen, heute ist Dienstag, morgen ist Schlüsselübergabe und am Freitag, wenn ihr diese Folge hört, ist mein Umzug. Ich kann es nicht erwarten. Umzugstag, ist das nicht toll? Krass, ey. Das ist echt schnell jetzt gekommen, ne? Ja, es ist endlich soweit. Es ist wirklich Wahnsinn, wie schnell, also es hat sich absolut lang gezogen, finde ich. Es war eine riesig lange Zeit, aber irgendwie ist es jetzt schon da und es fühlt sich so an, als wäre es krass schnell gegangen, oder? Du hast jetzt einfach wieder ein Zuhause. Ja, ich freue mich so sehr. Kannst du dir nicht vorstellen. Und zwei Tage später werde ich das Zuhause direkt verlassen müssen, weil es dann auf Let's Dance Tour geht. Ist auch schon traurig. Aber darauf freue ich mich auch. Wo war ich jetzt gerade? Ja, deine Mutter wischt noch regelmäßig. Ach so. Oder wieder. Je nachdem. Ja, die hat mir auch immer gesagt, du musst öfters wischen. Aber das ist, glaube ich, ein Ding, das macht man, wenn man jung ist, noch nicht. Staubwischen, auch so eine Sache, die ich gerne mal außen vor lasse. Aber das weißt du ja. Du bist ja öfter mal in meinem Haushalt. Weißt du, was ich manchmal mache? Was? Wenn es zu doll aussieht, auf meinem Nachttisch oder so, ich puste einmal. Aber manchmal, manchmal klappt aber Pusten nicht hundert Prozent. Nee, manchmal klappt das nicht und dann niest man, weil es so doll ist. Ja, weil du aber auch so eine Stauballergie hast. Ja, ja, ich habe eine Stauballergie, das ist, glaube ich, auch der Punkt. Weswegen ich sowieso öfter Staub wischen sollte. Das stimmt. Aber ich finde, eigentlich ist der Nachttisch das perfekte Beispiel. Der sieht immer, irgendwann sieht der so aus, als müsste man da ganz dringend mal drüber wischen. Aber ich schaffe es nicht, schon vorher drüber zu wischen. Ich mache es dann erst, wenn es wirklich dann so aussieht. Erst, wenn es so aussieht, ja. Und wenn du dir so denkst, oh, nie mehr so schön für einen Nachttisch. Ja, genau, same. Also, bevor es dazu kommt, puste ich dreimal und dann irgendwann, wenn es wirklich nicht mehr geht, dann wische ich drüber. Also, man sollte ja wenigstens so ein paar Gegenstände haben, wo man sagt, komm, wenigstens da mache ich es regelmäßig. Aber selbst das ist bei mir so. Doch, das mache ich im Waschbecken im Badezimmer. Das mache ich. Ja, stimmt. Das finde ich, das ist wirklich ein Ding, wo ich sage, das mache ich auch gerne. Mein Wasserhahn richtig schön sauber machen, diese Wasserflecken und so da weg. Auch mit Entkalker und sowas? Also, mit so richtigen, keine Ahnung, mit so einem Spray dann auch? Oder nur mit Wasser? Meistens mit Make-up-Entferner. Aber funktioniert wirklich super, muss ich sagen. Wattepad und Make-up-Entferner macht es richtig geil sauber. Ja, aber weil du diesen Make-up-Entferner auch direkt da hast, ne? Ja, ja, genau. Also, ich mache das wirklich so, alle zwei, drei Abende mache ich das mit meinem Make-up-Entferner. Und sonst gehe ich auch wirklich mit Putzzeug gerne und oft drüber. Weil Waschbecken ist wirklich so ein Ding, da sage ich, nee, das will ich sauber haben. Das stimmt. Und das mache ich auch gerne, weil es satisfying ist. Ja, 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 kann ich relaten. So oft passiert es jetzt aber auch nicht bei mir. Aber auch öfter als der Rest. Na gut. Was sagst du, ist das Schlimmste? Kloputzen 100 Prozent. Finde ich abartig. Und das werde ich, das gebe ich immer an Wolfgang ab. Das mache ich nicht. Ne, das stört mich gar nicht. Ich bin niemand, der kloputzt. Krass. Ne, das juckt mich irgendwie nicht. Echt jetzt? Aber ziehst du die Handschuhe dafür an? Oder machst du das einfach so? Einfach rein die Hand da? Ich mache das und danach wasche ich meine Hand. Ich finde sowieso, bei den meisten Sachen muss ich echt sagen, Putzhandschuhe absolut überbewertet. Also bei so Sachen, wo du halt wirklich sagst, es ist ekelhaft oder wo du sagst, okay, dieses Zeug sollte nicht an meine Hände kommen, weil das halt trockene Hände macht oder halt giftig oder was auch immer ist. Da okay, aber sonst benutzt du doch keine Handschuhe. Ne, ich ekel mich da jetzt auch nicht davor, weil ich denke mir auch so, ja, selbst wenn ich ins Klo gefasst habe, danach wasche ich mir meine Hände einfach gründlich 30 Sekunden lang mit Seife und dann ist da auch wieder alles weg. Ich kann doch sogar noch desinfizieren, wenn ich möchte. Ja, vor allen Dingen Klowasser ist halt auch eigentlich nur sauberes Wasser so. Ja, aber die Vorstellung, dass da täglich Kacke drin liegt, ist halt irgendwie schon abtüren, ne? Ja, klar, das ist schon un, aber so an sich, ne. Ne, für mich wirklich, das Klo ist das Allerschlimmste, das mag ich nicht. Klo und Dusche finde ich auch ganz schwierig, Dusche zu putzen, boah, finde ich auch echt eklig. Mhm, okay, ne, finde ich auch nicht so schlimm. Aber das Problem ist, du musst eigentlich nur einmal dahin kommen, dass du regelmäßig das machst, so einmal die Woche und dann kommt es gar nicht zu dem Punkt, dass es so eklig ist. Ja, aber einmal die Woche ist auch schon, ja, okay, ne, kann ich nicht sagen, ich bin ja nicht so viel zu Hause, deswegen nutze ich das bei mir halt auch nicht so viel ab. Deswegen kann ich nicht sagen, ob einmal die Woche eigentlich ein normaler Zeitraum ist, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich, ja. Ähm, ich finde, bei Dusche habe ich genau dasselbe, das mache ich auch gerne, weil ich satisfying finde, dass das, dass die Armaturen, ähm, dann wieder so glänzen. Schön glänzen, mhm, ja. Gerade in Köln, du wirst dich noch wundern, wie oft du, ähm, das machen musst in Köln, hier ist super kalkhaltiges Wasser drin. Aber weißt du, was richtig geil ist? Ich habe keine Dusche mehr mit so einer Glaswand, sondern ich habe nur noch so eine Nische, wo ich so reingehe. Weil die so groß ist, dass man keine Glaswand braucht quasi. Ne, es liegt nicht an der Größe, also von der Größe her könnte man auch, hätte man auch eine Glaswand hinmachen können. Wäre ästhetischer gewesen, muss ich sagen, weil, ähm, das Badezimmer dadurch größer gewirkt hätte, aber die haben da so eine, so eine Fliesensteinwand hingemacht, die auch richtig geil aussieht, finde ich. Genau, und da ist jetzt halt eine richtige Wand, das heißt, ich muss nicht mehr mit der Fletsche jedes Mal da drüber gehen. Das stimmt, das ist echt praktisch. Das ist so toll, nicht mehr mit so einem Fensterwischer, weißt du, weil das war wirklich mein Horror, das immer noch danach zu machen. In so einer, ähm, in so einer, äh, Dusche, wo du gerade fertig geduscht bist, äh, das Wasser ausmachen, dann wird dir eigentlich schon kalt und dann musst du aber noch diese Flitsche benutzen und durch die ganze, durch das ganze Ding da das runter machen. Du meinst diesen Abzieher, meinst du? Ja, genau, diesen Abzieher. Was ist denn eine Flitsche? Ja, für mich heißt das Flitsche, ich weiß nicht, meine Eltern sagen Flitsche dazu. Aber ja, den, den Abzieher. Ja, das mache ich jeden Abend. Das dann noch zu machen, dann nackt, reu dich dann da, da zu stehen und zu hocken. So nackt in die Hocke gehen ist auch so richtig blödelos, ne, irgendwie. Nackt und nass in die Hocke gehen, dir wird langsam kalt und dann diesen Duschabzieher dazu benutzen, da bin ich jetzt raus. Ich bin fein raus. Aber ich muss sagen, ich habe das jetzt, ähm, quasi in der Extreme-Form, weil ich habe sogar zwei Glaswände. Das ist so eine Eckdusche. Ja, hatte ich ja auch. Und es hat quasi zwei, ähm, zwei Glaswände und, ähm, und ich bin da so drin, dass ich mir inzwischen denke, naja, ich bin da, ich bin dran gewöhnt, meine Güte. Das gehört einfach jetzt auch dazu zum Duschprozess. Aber ich glaube, ich würde mich auch freuen. Aber halt auch geiler ohne. Ja, ich würde mich auch freuen. Und wenn ich, wäre ich du. Ja. Well. Naja. So, Joy, hast du noch eine letzte Frage oder mach mal den Sack zu? Ich habe eine letzte Frage, die ist aber auch schnell abgefrühstückt. Also je nachdem, ob du jetzt hier ein Brett vom Kopf hast oder nicht. Was war der schönste Moment, den du heute hattest, Joy? Das ist wichtig, dass man sich auch mal solche Fragen stellt. Das mag ich regelmäßig. Es ist so eine Form von Dankbarkeit ausüben für das, was an einem passiert ist. Weil oft hat man immer nur die negativen Sachen so krass vor Augen. Die passiert so und fackt sich darüber ab. Aber eigentlich sind auch viele schöne Dinge passiert. Ja. Nee, heute ist wirklich was sehr, sehr Schönes passiert. Ich habe eine sehr erleichternde Nachricht bekommen von etwas, was ich, auf das ich gewartet habe und gehofft habe. Sehr gut. Und die behältst du auch im Kopf, dass das gut für dich war und schön? Ja, sehr. Damit kannst du heute Nacht richtig gut einschlafen. Damit kann ich wirklich richtig gut einschlafen, weil am Wochenende war wirklich was los, das sage ich dir. Aber es ist wieder alles gut und ich habe heute die Nachricht bekommen, dass alles gut ist. Hier ist eine richtige Last von den Schultern gefallen. Joey, mir ist heute wirklich, also damit man das mal so, ich kann es nicht erzählen, aber mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich heute beim Dreh angefangen habe zu weinen kurz, weil so ein Druck abgefallen ist. Ja, schon heftig. Und ich wusste selber nicht, dass ich so einen Druck hatte. Das merkt man dann erst, wenn auf einmal so es aus dir rauskommt. Ja, wenn er abfällt. Ja, voll. Ich war wirklich kurz erschrocken, dass mir die Tränen so runterliefen auf einmal. Das war ganz komisch. Ja, aber ich bin erleichtert, das ist alles gut und ich bin glücklich darüber. Und was war es bei dir? Aber mir ist das jetzt nicht so etwas Bedeutungsvolles, aber… Es ist genauso wichtig. Ich habe heute das erste Mal, seitdem ich quasi mit meinem alten, in Anführungsstrichen, alten Arbeitsleben aufgehört habe, also seitdem ich quasi meinen YouTube-Kanal quasi auf Eis gelegt habe und gesagt habe, so, ich denke jetzt mehr an mich, habe ich es heute zum ersten Mal geschafft, nach fast zwei Jahren zu sagen, ich habe heute keine festen Termine, ich habe zwar To-Dos, aber es ist egal, wann ich die mache und habe dann morgens, nachdem ich gefrühstückt habe, gedacht, ja, eigentlich würde ich jetzt anfangen mit arbeiten, aber ich muss nicht. Und dann habe ich mich auf die Couch gelegt und habe einfach zwei Stunden lang Gameboy gespielt, weil ich da so Lust drauf hatte und habe zu der komischsten Zeit, wo man das machen kann, habe ich einfach gechillt und habe mir was richtig Gutes getan und zwar an einem Dienstagmorgen von 10 bis 12 Uhr und ich war richtig stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, weil wirklich, das hätte ich vor anderthalb Jahren niemals geschafft. Ich hätte mich selbst zerrissen von wegen, du bist faul und andere Leute arbeiten gerade und du bist jetzt hier so, machst ja einen auf Larifari und ich muss sagen, das war cool heute, als ich das realisiert habe. Toll. Ich bin sehr stolz auf dich. Das ist wirklich super, dass du das geschafft hast. Ja. Danke. Schön. Nee, das ist wirklich toll. Ich weiß, was das für ein Achievement ist. Ja. Das ist toll. Sehr gut. Behalt das bei. Das mache ich. So, weißt du, was du beibehältst? Hm. Deine Meinung zum Thema? Nee, egal. Hä? Ich wollte jetzt irgendwas Cooles sagen, mir ist einfach nichts eingefallen, spontan. Ja, alles klar. Julia, es war trotzdem ein langer, harter Tag für mich, weil danach musste ich ganz viel in ganz kurzer Zeit arbeiten, weil ich das nicht so ein bisschen... Ja, ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Das ist halt immer das Problem, wenn man am Anfang ein bisschen zu sehr schleifen lässt, dann hat man danach halt richtig Druck, ne? Das ist halt auch immer Kacke. Und jetzt ist der Kopf wirklich Mathebirne, von daher, ich brauche jetzt eine Runde Schlaf, glaube ich. Wunderbar, ich auch. So, ich hab dich lieb, ich hab euch alle lieb und ja, wir hören uns nächste Woche. So machen wir. Wenn ich dann umgezogen bin. Okay, tschüssi.